Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute haben wir uns hier zusammengefunden in illustrer Zweisamkeit, um über das Geschehen im Profisport der letzten Tage und Wochen zu sprechen und damit wenigstens einer hier vor Ort, beziehungsweise hier im virtuellen vor Ort, ein kleines wenig, ein bisschen Ahnung von der Materie hat, habe ich den Thomas dazu geschaltet. Guten Abend lieber Thomas. Hallo, schönen guten Abend nach Köln. Grüße, wie geht's dir? Was macht die Pandemie mit dir? Ja, nichts anderes als sie schon ohnehin die vorigen Monate gemacht hat, also war ja eigentlich ganz gut. Also noch keine Ermüdungserscheinungen das Ganze, wir ziehen das einfach durch, soll der Rest vom Fest sich aufregen. Ja, ja. Wie so immer, woran du nichts ändern kannst, reg dich auch nicht drüber auf. Aber woran wir uns ändern können, ist zumindestens mein Kenntnisstand in puncto Radsport wieder ein bisschen aufzufrischen. Und wer nicht die Muße hat, sich alles anzuschauen, überall mit zu verfolgen, ist die nächsten gut fünfeinhalb Stunden hier gut aufgehoben, wenn wir mal einen Flug durch die Gemeinde machen. Also, wir hatten das letzte Mal, wenn ich mich recht entsinne, aufgehört, also nee, aufgehört ist jetzt das falsche Wort irgendwie. Okay, wir sind gekommen bis Paris-Nizza, Etappe Nr. 5. Und mir fehlt jetzt gerade hier so ein bisschen noch die Kapitelmarke. Ups, da machen wir noch eine. Also, Paris-Nizza, es ging weiter mit Kapitel, mit Etappe in diesem Fall, Etappe Nr. 6. Vielleicht nochmal kurz vor mir zumindestens die Auffrischung, wie der Stand der Dinge war vor dieser Etappe. Etappe Nr. 5 war, glaube ich, die Etappe Sprint, Sam Bennett gewonnen, Gesamtklassenmauer sah es dann so aus. Also, für mich zumindest sah es so aus, als wenn Primoz Roglic da einigermaßen so solide durchmarschieren wird. 30 Sekunden, 31 Sekunden Vorsprung von Maximilian Schachmann. Und vor allen Dingen in der Souveränität, die an den Tag liegt, wirklich so, dass man gesagt hat, ja, da muss jetzt schon noch viel passieren, dass Schachmann seinen Titel verteidigen kann. Hast du das auch zu dem Zeitpunkt so gesehen? Das ging ja auf Etappe 6 nahtlos so weiter, die Roglic-West-Spiele. Ja. Also, das war eine Etappe, wo ich vielleicht gedacht hätte, da kommen Ausreißer durch, Briol nach Biot, 200 Kilometer, eigentlich auch prädestiniert von der Ausreißergruppe. Und am Ende waren da aber tatsächlich ein ziemlich geschlossenes Feld vorne. Und ja, Primoz Roglic hat sogar an dem Tag einige Sprinter da im Sprint stehen lassen. Wundert mich ein bisschen, dass der Anfang der Saison, also Mitte März, schon so in die Vollen geht, anstatt zu sagen, okay, mein Gott, also was soll ich mich jetzt hier bei Paris-Nitzer so kaputt fahren? Ja, aber es war ja in den letzten Jahren auch eigentlich so, dass er eigentlich an jeder Rundfahrt, an der er teilnimmt, auch ganz vorne zumindest in den Top 3 mitmischt. Ja, ja, aber ist das klug, ist die Frage. Also kriegt er nicht irgendwann mal die Quittung dafür. Weißt du, ich finde es auch immer, man muss ja auch mal, also der Kölsche sagt ja auch Jönne könne. Also muss er bei so einer Etappe da, wo er jetzt ja auch, ob er da gewinnt oder ob er da Zehnter wird oder Zwölfter, solange ein Schachmann, der an dem Tag Neunzehnter geworden ist, keine Zeit abnimmt. Dieses, also ich muss da manchmal schon an Eddie Max denken, wollen wir das neue Adjektiv, dieses Kannibaleske mal kreieren. Ja, ich glaube, so schlimm ist es noch nicht bei ihm, aber das ist schon, der nimmt mit, was er bekommen kann. Ja. Und auf der Etappe war es da ganz interessant, weil da auch der König Quickstep sich sehr intensiv um die Nachfahrarbeit bemüht hat. Die hatten gehofft, mit Sam Bennett nochmal zu gewinnen. Aber dieser letzte kleine Hubbel da am Ende, das waren ja vielleicht zwei, drei Kilometer, die es noch bergauf ging, waren einfach zu schwierig für ihn. Also es ist bis anderthalb Kilometer vorm Ziel mitgekommen mit den anderen und dann hat man gesehen, da stand der still wie ein Eimer, also dem stand das Laktat bis zu den Ohren. Welches Team war das? Borak Quickstep, hast du gesagt? Der König Quickstep. So eine kleine Anspielung auf etwas, was vielleicht noch kommen mag oder uns in Zukunft droht. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und weiter geht es mit dem nächsten Tag, siebte Etappe, auch eine Etappe, wo ich hinterher Sachen so gelesen habe von wegen, also Ruklic verteilt keine Geschenke, hast du es genannt, muss man da wirklich alles mitnehmen. Hätte es nicht gereicht, wenn er sich hinten dran hängt und einfach sein Ziel verteidigt. Naja, also gab es da, wie heißt es hier, Bonussekunden eigentlich? Nee, ich glaube nicht. Weiß ich gerade auch gar nicht genau, ob es da bei Paris-Nizza noch. Ich denke mir eigentlich sicher das nicht. Naja, aber Bergetappe, es ging bergauf am letzten Stück und da hat er bewiesen, dass er auch, also nicht nur auf diesen kurzen, ich sag mal Michael Matthews anstiegen, sondern auch auf langem schon so in Form ist, dass er alles kaputt fahren kann. Ja, und ich war auch überrascht, also Primoz Roglic war da aus der Favoritengruppe der Beste zusammen mit Maximilian Schachmann, vor allem das Maximilian Schachmann an so einem langen und auch recht schweren Berg, La Colmaine. Klar, der war im letzten Jahr schon mal auf dem Programm, als er auch gewonnen hat, aber da hat er sich so knapp hinter Tiespinot ins Ziel gerettet. Und ja, dieses Jahr, da nur fünf Sekunden hinter Primoz Roglic reingekommen, zeigt, dass er sich in Sachen Bergfahren nochmal verbessert hat. Aber um da nochmal auf diese Situation mit Primoz Roglic zurückzukommen, also es war so, dass noch ein Ausreißer vorne war, Gino Meda, ein junger Schweizer, den viele schon als sicheren Sieger dieser Etappe gesehen haben und dann hundert Meter vorm Ziel kommt Primoz Roglic wie eine Rakete vorbeigeschossen und holt sich dann noch den Etappensieg. Also emotional war das sicherlich für viele Fans eine herbe Enttäuschung, die es dem Ausreißer gegönnt hätten und da waren hinterher auch die Diskussionen groß, muss das jetzt sein, dass er da den armen Kerl noch absprintet? Ja, also das ist genau, was ich meinte, das war vielleicht schon ein bisschen vorweggekaufen auf diese Etappe. Ja, muss das sein? Also ich finde gute Argumente dafür, dass das sein muss. Also einfach, das einfachste Argument wäre, ey, ich fahre hier Geld ein, was aufs Team ausgeschüttet wird und wenn dadurch, dass ich jetzt hier gewinne, am Ende des Tages der Mechaniker hinten nochmal 200 Euro mehr in der Tasche hat, wird er sich bedanken und wird er sich freuen und ich habe denen gegenüber auch eine Verantwortung. Ja, und zwar auch die Mannschaft den ganzen Tag gearbeitet hatte, von daher kann man schon nachvollziehen, dass er da auf Etappensieg gefahren ist, aber aus rein taktischer Sicht ist es vielleicht dann manchmal cleverer, da etwas zurückzustecken. Und, da kann man ja auch sagen, also nach dieser Etappe natürlich weiterhin im Führungstrikot, hat dann insgesamt in diesen zwei Tagen auch seine Führung von 31 Sekunden auf 52 Sekunden ausgebaut, also nochmal ein bisschen mehr draufgepackt. Und, naja, aber wie heißt der alte schöne Spruch? Karma is a Bitch. Am letzten Tag kam etwas, was ich, wenn ich ehrlich sein darf, also hättest du mir gesagt, pass mal auf, Fofi, mein Einsatz 100, du 5, der Schachmann dreht das Ding noch. Nö, hättest du mir gesagt, lass mal, ich kaufe mir rein. Zumal diese letzte Etappe, ja, also es war ja lange in der Schwebe, wie überhaupt dieses Paris-Nizza zu Ende gehen würde, weil man ja nicht nach Nizza fahren sollte oder durfte, aufgrund der Pandemie. Und dann gab es eine Regelung, dass man da außerhalb so eine, ja, Mini-Bergankunft macht, also es waren dann auch nur 93 Kilometer insgesamt die Etappe mit einem, ja, ziemlich leichten Schlussanstieg, also wo eigentlich gar nicht mehr so richtig viel hätte passieren können, hätte man gedacht. Also, das war eigentlich pro forma halber, dass der Primoz Roglic ins Ziel fährt und die Arme in die Luft streckt, aber auf der Etappe wurde von Anfang an Vollgas gefahren und, ja, also vielleicht hat sich das bewahrheitet, dass man, dass es so aus dem Wald wieder heraushalt, wie man hineinruft in Sachen Primoz Roglic, weil er hatte zwei Stürze und gewartet hat keiner. Ja, dazu muss man aber auch sagen, dass als der zweite Sturz passierte und Roglic dann nochmal ein Defekt hatte, das Rennen natürlich schon voll im Gange war, also da kannst du auch vorne das Feld nicht mehr bremsen, wenn die einmal da richtig losgefahren sind. Naja, und ich sag mal so, mit dem Benehmen der Tage davor ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber, also, er hat sich in den letzten Tagen davor nicht unbedingt so als der, der, der Freundliche irgendwie qualifiziert oder, oder man hätte vielleicht auf andere eher gewartet als auf ihn, sagen wir mal so. Also, ähm, wie du sagst schon, Streckenlänge, kurze, kurze Etappe, 92 Kilometer insgesamt nur und, ähm, ich hatte das, ich hatte wirklich nur so im Ticker, so ganz am Rande ein bisschen was gelesen und, äh, dann mitgekriegt, äh, ne, also irgendwie, äh, Schachmann auch gewonnen, ich konnte es überhaupt nicht fassen. Und, äh, dachte, naja, okay, was ist denn da passiert, aber dann hast du mir von den zwei Stürzen berichtet. Dieren, ich glaube, im Nachgang, ähm, da war, der eine war auch gar nicht so, äh, leicht, also nicht so, nicht mal eben kurz. Naja, also man hat ja auch am Fernsehen gesehen, dass da komplett, äh, am Hintern die Hose weg war, also, und da alles aufgeschürft, von daher glaube ich schon, dass es ihn, äh, da recht hart auch teilweise getroffen hat und, ähm, aber man muss ihm zugutehalten, er hat hinterher alles versucht, um da noch wieder ins Peloton reinzukommen und war bis auf, na, 100 Meter vielleicht dran, aber dann hat er keine Chance gehabt, weil es dann zwei, drei Mannschaften wirklich vollgefahren sind. Und man muss ja auch, man muss ja auch sagen, bei Primoz Roglic, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er irgendwie durch sowas noch eine Rundfahrt verliert, also kann ich uns ans Letzte, da hat er an die Dauphiné beispielsweise erinnern, als er auch gestürzt war und dann, ähm, ja, im gelben Trikot, meine ich sogar, die Rundfahrt dann verlassen hat und beim Giro vor zwei Jahren, also 2019, hat auch quasi so einen Sturz in der Abfahrt sozusagen den Anfang vom Ende für ihn eingeleitet. Ja, also, äh, vielleicht ist er doch im Fliegen besser, der Skispringer, äh, als im Steuern, äh, vielleicht ist das auch ein Argument dafür, dass man sagt, okay, ich nehme alles mit an jedem Sieg, was ich kriege, wer weiß, wo ich am nächsten Tag, äh, vom Baum lande, aber, ähm, ja, Maximilien. Wo ich aber erstaunt war, dass auch er im Finale überhaupt gar keine Teamunterstützung mehr hat, also der war völlig auf sich allein gestellt. Ja, die waren wahrscheinlich auch durch, also. Ja, aber total konträr zum letzten Jahr, als Jumbo Wisma alles dominiert hat und jetzt haben sie keinen einzigen Helfer mehr im Finale für ihn. Hm, ja, vielleicht war es auch, vielleicht war für ihn auch der Drops gelutscht, also, hat man einen gewissen Punkt, ähm, Team aufgeraucht, weiß nicht, ähm, Schachmann hat es ja auch nicht so richtig, also, so eine, so eine wirklich wohlverdiente, ehrliche Freude war es dann ja auch nicht, ne, also so. Ne, klar, so willst du ja nicht gewinnen, aber so ist, das ist halt Teil des Radsports, äh, ohne Stürze durchzukommen. Ja, genau. Wobei man dazu natürlich auch sagen muss, Maximilian Schachmann hatte am Anfang der Etappe auch einen Defekt und hat auch keiner gewartet, also der musste auch ewig kämpfen und wieder rein. Ja, ja, und, äh, am Ende des Tages, in zehn Jahren, fragt keiner mehr, warum da zweimal Paris-Nitzer-Sieger steht, sondern da steht einfach zweimal Paris-Nitzer-Sieger, ne, weil er war der Schnellste von denjenigen, die am Ende durchgekommen sind und, ja, Abfahren gehört auch dazu, oder Radfahren. Er ist übrigens der Erste, der den Gesamtsieg bei Paris-Nitzer verteidigt, seit, äh, Alexander Wienokorov. Ballastwissen für 100, dieser Preis geht an Sie, Herr Kultmann. Herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, ja, also, Schachmann, äh, Glückwunsch. Hat den zweiten Sieg dort, äh, davon getragen. Vielleicht noch kurz, äh, um es zu vervollständigen, Gesamtwertung, ähm, Schachmann vor Vlasov, den du ja auch schon mal auf dem, äh, als große, 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 ähm, ne, war Vlasov? Ne, ich hab mich verhexelt, sorry. Ähm, wo ist denn der Vlasov untergekommen? Letztes Jahr war der Mom2-Wert-Challenge, ne? Genau, da hat er gewonnen, ja. Ja, ähm, dritter Lombardai, also auch jemand, der, boah, solche Sachen kann. Äh, vor Isagiere, Hamilton und, 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 und. Ja, schöner Aufgalopp, äh, überraschende, überraschende Wendung am Ende. Und damit dann auch ein verdienter Sieg für Schachmann. Herzlichen Glückwunsch, äh, kann man nur sagen, an der Stelle. Und, ja, was lehrt uns die Etappe? Oder die Rundfahrt? Vielleicht noch mal hier ein Geschenkchen verteilen und sich so ein bisschen Glück, äh, Bonuspunkte, Kammerbonuspunkte sammeln. Dann wäre es vielleicht nicht, wäre vielleicht nur einmal gestürzt, sodass wir nochmal spannend geworden. Äh, wir waren in Frankreich, dann fliegen wir mal rüber ins Nachbarland nach Italien. Ähm, dort wurde nicht minder interessant das, äh, mehrtägige Rundstreckenrenn Terreno-Adriatico gestartet. Und, ähm, nicht 79 Mal wie Paris-Nizza, sondern 56 Mal erst. Und, äh, ja, da waren wir, glaube ich, beim zweiten, bei der zweiten Etappe letztes Mal, ähm, stehen geblieben. Da war es die Etappe von der einen italienischen Stadt zur anderen italienischen Stadt. Und es führte Wout van Aert vor Alaphilippe für Mathieu van der Poel in der Gesamtwertung, um uns da mal einzunorden. Dritte Etappe. Auch wieder eine Ankunft, die jetzt nicht so ganz der klassische Sprint ist, sondern so eine Bergauf-Geschichte und im Prinzip die gleichen Verdächtigen wie die ganze Zeit vorne. Ja, wieder die gleichen Protagonisten vorne, nur diesmal Mathieu van der Poel, deutlich besserer Position, äh, war dann im Sprint nicht zu besiegen, auch nicht von Wout van Aert. Ich wüsste ja mal gerne, welchen Lenker er zur Zeit fährt. Was sie ihm da, wahrscheinlich, irgendwas sie ihm da zusammengedübelt haben. Irgendwie aus dem Bestand vom letzten Jahr nochmal einen rausgeholt. Naja, auf jeden Fall ist das Siegerfoto wirklich, äh, als wenn er wirklich, also, wie soll man sagen, er lässt wenig Zweifel darüber, wer er glaubt, der Chef da bei der Veranstaltung ist. Und, äh, naja, wer gewinnt, kann sich so ein Foto leisten, behaupte ich einfach mal. Ähm, ansonsten Ereignis am Tag, der nicht mehr Kommentare bedarf, glaube ich. Nein. Äh, Etappe Nummer 4, wir sind gerade beim 13. März. War da eine Ankunft oder eine Etappe, die schon mehr, ähm, für so, ähm, nicht nur Sprint-Fetischisten wie uns, äh, zu bringen hatte? Ja, die Königsetappe, also Terni, Prati, Di Tivo, 248 Kilometer, aber ein, äh, Schlussanstieg, der es in sich hatte und zuvor auch schon einen Berg, einer mit 7,6 Kilometer, 5 Prozent und einer mit 13,8 Kilometer, 4,5 Prozent. Und der Schlussanstieg, das waren auch nochmal gut 15 Kilometer mit 7 Prozent im Schnitt. Und da war schon von vorher allein klar, dass da richtig ordentlich Abstände geben würde. Mhm, und das hat sich dann auch bestätigt. Und natürlich danach auch, ähm, das Gesamtklasse mal komplett auf den Kopf gestellt sein würde. Und ein Pfarrer, den wir auch diese Saison, ähm, schon sehr oft den Namen, äh, dessen Name hier fiel. Tadji Pogacar hat es an dem Tag für sich entschieden. Vor, ja, einigen anderen namenhaften Gesellen, die sich da rumgetummelt haben. Ja, ich war so ein bisschen überrascht, wie früh es da im Schlussanstieg schon richtig zur Sache ging. Also man konnte sehen, dass sich die Favoriten da schon, ja, acht, neun Kilometer vom Ziel gegenseitig angegriffen haben. Und, äh, Pogacar, der hat einmal angegriffen und, äh, ja, wo konnte bis ins Ziel auch von Simon Yates, der knapp dahinter reinkam, nicht mehr eingeholt werden. Und, ja, muss man so sagen, ähm, triumphaler Tag fürs Team OEA Emirates. Ein bisschen enttäuschender Tag vielleicht für, äh, das Team Ineos Grenadiers, die mit Egan Bernal und Garen Thomas da doch vielleicht ein bisschen andere Hoffnungen hatten. Und, äh, Wout van Aert, der 45 Sekunden an dem Tag verloren hat, ja, konnte den Schaden noch einigermaßen limitieren. Ja, aber für Ineos kann das ein, also ich will nicht sagen, dass es ein Desaster ist, ne, also ein Desaster. Da, da haben sich noch andere Teams, äh, desaströs mit Platz, also mit Marc Soler auf Platz 22 als am höchsten für die Movies zum Beispiel, die jetzt aber wahrscheinlich auch keine großen Aktien da im Spiel hatten. Ne, aber ansonsten, pfff, alles so Einzelkämpfertypen irgendwie, ne, aber ich glaube, bei Nylon Thomas, ähm, mit Platz 11 und, also keine Top-10-Platzierung bei so einer Etappe, da, äh, da hat es mit Sicherheit hinter im, äh, Karton, wollte ich sogar schon im Bus gerappelt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ähm, ich hatte noch eine Platzierung. Was mich gewundert hat, als ich das Tableau mir angeschaut habe, äh, was heißt gewundert, aber, äh, was macht denn Gin, also, wenn man sagen würde, Vincenzo Nebali, nur, äh, äh, wie viele Plätze waren es jetzt? Fünf, sechs Plätze hinter dem Ineos-Duo. Ist das jetzt schon vielversprechend wieder, oder ist das nur so ein Aufflammen? Naja, man muss ja sehen, ähm, an dem Tag waren, äh, zu diesem Aufstieg Prati di Tivo, ähm, 19 Fahrer haben an dem Tag den, äh, Rekord an dem Berg von Chris Froome aus dem Jahr 2012 gebrochen. Naja, der ist nämlich da 38 Minuten 22 hochgefahren und, ähm, Tadej Pogacar, der Sieger, 36 Minuten 06, also wurde nicht nur gebrochen, sondern pulverisiert um eine Minute 16, beziehungsweise zwei Minuten 16 waren es sogar. Naja, und, äh, wenn man sich mal die Zeit von Nibali anguckt, ähm, der ist, äh, 38, 58 dann quasi gefahren damals und 37, 33 in 2021. Also, ist er eigentlich so gut wie nie, aber durch dieses hohe Niveau kommt er halt nicht mehr weiter nach vorne. Mhm. Was sagt uns das denn über den Rest vom Fest? Also, die da vorne rumfahren. Also, du hast mir die Tage schon mal irgendwie, äh, die Tage ist schon gut, schon vor zwei Wochen, oder sollen wir das mal auf den hinteren Teil der Sendung verschieben? Das können wir später nochmal besprechen. Aber es ist auf jeden Fall an dem Tag sehr auffällig gewesen, also das lässt sich auch recht gut vergleichen. Natürlich spielen da Find-Verhältnisse und, äh, die Etappenlänge vorher, Anstiege vorher auch noch eine große Rolle. Aber es ist schon sehr auffällig, dass da gleich so eine riesige Gruppe schneller war als Chris Froome in seiner besten Zeit. Also, ja, wobei man dann natürlich auch bringen, das Argument bringen könnte, okay, in einer Gruppe ist es vielleicht auch einfacher, ähm, gegenseitig wie sich abzuwechseln beim Ziehen und, 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 ne? Also, wären, wären alle diese 19-Facher alleine auch schneller gewesen als Chris Froome? Ist jetzt mal die andere Frage. Nichtsdestotrotz, 19-Facher, die da mithalten könnten, also Windschatten spielt da ja auch nicht mehr so die große Rolle, aber, das ist schon, äh, nun ja, heben wir uns mal den Rant für später auf, ähm, glaube ich. Ähm, eben schon angedeutet, dadurch wurde natürlich das Gesamt-Tableau auf, äh, auf den Kopf gestellt. Äh, Pogacar, jetzt vor Van Aert und, äh, Sergio Higuita, ich weiß nicht, wie man es, Higuita, spricht man es richtig aus? Higuita, ja. Higuita. Also, ist das U stimmlos, Higuita? Das I, äh, das H spricht man nicht mit, Higuita. Ja, aber wo ist denn das U? Es ist auch stimmlos. Also, Moment mal, der Name hat eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Buchstaben und davon sind zwei schon stimmlos? Ja, also, ich meine, man spricht das nicht mit, Higuita. Ich, äh, ich habe nämlich, äh, das, ähm, ja, ist mir schon lange bekannt, aber irgendwie ist es noch nie so gekommen, dass man es mal gewatscht hat und jetzt habe ich mal gewatscht, einen kolumbianischen Kollegen. Den werde ich einfach mal fragen, wie man das richtig ausspricht. Warum? Wir haben ja da Experten. Der eine Kollege hat mir mal erklärt, wie man Jumbo ausspricht, der andere erklärt mir der andere vielleicht, wie man Higuita ausspricht. Gab es nicht mal einen Fußballer, der Higuita so hieß oder so? Einen Telsspieler? Äh, ist mir nicht bekannt. Wenn es dir nicht bekannt ist, dann gab es den nicht. Ähm, das war Etappe Nummer vier. Bleiben noch zwei übrig. Das eine war die Etappe Nummer fünf. Klassiker-Profil am Ende. Gewinn Van der Poel, ne? Also, um es sehr, sehr kurz zu machen. Aber da ist noch mehr zu erzählen, oder? Wenn ich mir hier so das Profil angucken. Ja, das war definitiv eine der, also die Etappe wird in jedem Radsportjahresrückblick vorkommen. War ein Castelfidaro, Castelfidaro 205 Kilometer, also auf so einem Rundkurs am Ende. Und man sieht ja, da waren mehrere Anstiege drin, ja, so drei Kilometer oder auch nur ein Kilometer, aber total steile Dinger. Ja, und es hat an dem Tag, hat es Wind gehabt, es hat geregnet und das war wieder so ein Mathieu Van der Poel epische Gedächtnisattacke, der irgendwie sehr, sehr weit vor Ziel schon wieder losgefahren ist. Mit der Begründung, ihm wäre kalt gewesen, deswegen wollte er einfach, wollte er einfach schneller fahren. Hätte sich am Ende fast aber noch gerecht, weil er hatte zwischendrin, was war das, glaube ich, ja gut fast drei Minuten mal fast Vorsprung und der Tadej Pogacar hat fast alles noch zum Ende zugefahren. Also er ist da regelrecht stillgestanden, Mathieu Van der Poel am Ende konnte aber den Etappensieg geradezu noch retten. Und dahinter, wenn man mal guckt, also diese Etappe hat, glaube ich, größere Abstände gebracht als die vorige Etappe bei der Bergankunft. Du warst gerade kurz weg, ich weiß nicht, woran das lag. Also diese Etappe hat größere Abstände gebracht als die Bergankunft am Prati di Tivo. Ja, ja, also solche Tage können auch viel kaputt machen, also im Sinne von bei Fahrrad kaputt machen, auf jeden Fall. Ich finde das lustig, weißt du, selbst wenn Van der Poel nicht gewonnen hätte, das schnellere Fahren hätte ihn ja trotzdem gewärmt, wenn das sein Primärziel war mit dieser Attacke. Ja, aber ich glaube, ich glaube, ihn hat das hinterher vielleicht Mailand Sanremo auch gekostet. Meinst du, die Könner haben ihm da gefehlt? Also wenn du dich einmal so komplett über 300 Kilometer den ganzen Tag so leer fährst, kann natürlich sein, dass du dann sehr lange brauchst, um dich von so einem Effort zu erholen. Wie viele Tage waren dazwischen? Das war der vierte, aber meinst du wirklich, dass so viel? Naja, das war am 14. März. Ja, ja. Mailand Sanremo dann sechs Tage später. Also kann schon sein, dass... Vielleicht war aber auch die einfache Taktik, einen besonders harten Trainingsreiz auch nochmal zu setzen. Kommt halt auf den Athleten auch an, wie gut das einer verkraften kann. Also bei Van der Poel glaube ich jetzt eher noch, dass ihm vielleicht wirklich einfach nur kalt war. Der Arme. Ich finde die Begründung schön. Sechste Etappe war dann eine Etappe, wo dann auch mal andere glänzen durften. Vielleicht waren auch noch zu viele vom Tag davor kaputt. Das erscheint mir eine sehr vernünftige Erklärung dafür. Und in einer Sprintankunft siegte endlich mal... Ne, das war schon der zweite Sieg. Was, der? Ne, der zweite Sieg, glaube ich, vom Team Israel. Haben wir beim letzten Mal doch schon einen gehabt. Glaub ich zumindest. Siegte Mats Würz-Schmitz. Name, den ist ja noch nie gestülpert, bin über den Dänen. Vor Brent van Mau, vom Team Lothar Sudal und Gras, Prom, Rosvelo, Simone Velasco. Gibt es irgendetwas noch mehr zu sagen über diesen Tag, das ich nicht mitbekommen habe? Ne, das war ja eigentlich eine Etappe, bei der ich an den Sprint gedacht hätte. Und ja, für Mats Würz-Schmitz, der mit sehr großem Vorschuss über Bären Profi geworden ist, war ja auch schon U23 Weltmeister im Einzelzeitfahren beispielsweise. War das jetzt vielleicht mal so ein Turning Point in seiner Karriere, dass er jetzt da auch mal einen großen Sieg holt. Und ja, am Ende einen Sprint aus einer Fünfergruppe, den er da gewonnen hat. Ja, aber ansonsten gab es da jetzt nicht so viel zu berichten an diesem Tag. Etappe Nummer 7 war dann die letzte mit dem Einzelzeitfahren, wo ich ehrlich gesagt Wout van Aert nicht vorne gesehen hätte vorher. Also wenn man jetzt gewette, die berühmten Wettquoten hätte ich jetzt nicht erwarten. Vor allem wenn so ein Philippo Ganner da noch mit rumturnt, Stefan Künger als Guter, die dann auch Zweite und Dritte geworden sind. Aber dass ein Wout van Aert, die dann auch auf dieser kurzen Strecke so schlägt, hätte ich jetzt nicht unbedingt was drauf gewettet. Nee, ich hätte auch an dem Tag als Top-Favoriten Philippo Ganner gesehen, der aber ja auch nur ein Mensch ist und auch mal so ein Zeitfahren verlieren kann. Und in dem Fall, ja, Wout van Aert hat in der Vergangenheit ja schon öfter bewiesen, dass er richtig, richtig gut ist im Zeitfahren. Aber klar, dass er das Ding am Ende abschießt, hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Aber zum Glück für Tadej Pogacar, er hatte genügend Polster, um dann am Ende den Gesamtsieg über die Runden zu bringen. Ja, damit hast du dann schon das Gesamtklassemorgen am Abschlusstag verkündet. Pogacar vor van Aert Mikel Landa, immer noch ein Fahrer, der ja auch immer Sympathien bei uns hat, auch wenn er jetzt beim Team bei Rhein-Mirida ist, was vielleicht nicht ganz so viel Sympathien hat. Um Gottes Willen, das ist die Strafe, ich kriege direkt Husten. Gewonnen, wie gesagt, Pogacar vor van Aert Landa, Bernal, der den ersten Platz aufsatz des Podiums, nämlich den vierten, machen konnte. Wahrscheinlich nicht wirklich hundertprozentig zufrieden als Team Mineus mit dieser Gesamtleistung bei dem Tireno Adriatico. Ich muss mal ganz kurz, ich habe gerade eine E-Mail bekommen und habe nur die Überschrift gelesen und war von irritiert. Wir haben einen Kommentar bei Velo Home bekommen von Folge 246. Wir sind irgendwie bei Folge 345. Ich möchte an unsere Hörer kurz, oder auch an dich aufrufen. Also es gibt jemanden, der Kommentar sagt, möchten Sie eine Niere, Körperorgane kaufen oder ihre Niere oder Körperorgane verkaufen? Also wenn du eine Niere verkaufen möchtest, Thomas, 500.000 US-Dollar für eine Niere. Vielleicht meint derjenige, dass da Radfahrer durch Stürze irgendwie potenzielle Kunden sein könnten, aber ich weiß nicht, ob das so ist. Dr. Maxwell ist Neurologe im Billroth Hospital für Nierenchirurgie. Wir befinden uns in Indien, USA, Malaysia, Singapur. Also wenn jemand eine Niere haben, abzugeben, bitte bitte mir Entschuldigung für den kurzen Einschub, aber das hat mich gerade so irritiert, dass ich Ihnen das irgendwie erwähnt habe. Also, das war Tireno Adriatico, immer wieder gern gesehen. Aber im Prinzip kann das ja nur der Zwischenschritt sein. Zu dem, ich sag mal, Ereignis der Woche, um es vorsichtig auszudrücken, ich habe das Rennen zumindest in Teilen gesehen, das heißt schon einiges. Es war Mailand San Remo Zeit. Ich habe mir nur einen interessanten Anteil angeguckt, also die letzten 285 Kilometer, und bin kurz mehrfach weggenickt und habe dann aber das Ende gesehen. Wie immer durch den fantastischen Service von dir sag mal, Thomas, ab wann muss ich gucken? Und dann kamen die Angelegenheiten, ja, guck mal, Poccio, ab wann ist das noch? 3,30 Kilometer oder so noch, alles klar. Und ich habe ein schönes Angen gesehen. Überraschend, spannend, mit Wendungen, überraschender Sieger. Und ein bisschen stolz war ich, dass ein Arbeitskollege mich am Tag vorher noch gefragt hat, und wer gewinnt, und ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass es einer von den drei Großen wird. Ja, wie immer bei Mailand San Remo, lohnt es sich im Prinzip auf fast nur die letzten 30 Kilometer anzugucken, muss man leider so sagen. Aber das macht ja auch den Reiz des Rennens aus, dass das dafür dann umso intensiver ist, ab der Chipressa sozusagen. Und ja, am Ende, der Sieger Jasper Stolven ist jetzt einer gewesen, mit dem ich so auch überhaupt gar nicht gerechnet hatte. Aber es kann natürlich immer passieren, dass wenn da so eine Partsituation zwischen mehreren großen Rennfahrern entsteht und auch andere keine Teamkollegen mehr haben, beziehungsweise die drei Großen auch keine mehr, dann natürlich so eine Solo-Attacke mal den Sieg bringen kann. Ja, und er war aber auch zwischendurch mal schon wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen abgeschrieben, aber vielleicht kannst du was immer deutlich besser beschreiben als ich. Also nach dem, war das nach dem Chipressa oder nach dem Poggio? Nach dem Poggio bildet sich ja so eine Gruppe. Ja, da war er schon noch dabei oben am Poggio. Also ganz hinten in der Gruppe drin, war er noch mit den Ersten drüber gefahren, aber hat dann einfach davon profitiert, dass er auch am Ende dieser Poggio-Abfahrt kommt man wieder auf die sogenannte Via Aurelia. Und da gibt es eine so eine Nadelöhrstelle, wo diese kleine Abfahrtsstraße von Poggio auf die breite Straße kommt. Und genau da hat er auch das Glück gehabt, dass da eine Lücke da war, wo er durchschießen konnte zum Attackieren. Ja, und ich dachte ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt noch, war ich ein bisschen stolz auf mich, dass ich gesagt habe, es gewinnt keiner der drei Großen, weil da hätte ich so einiges auf Calabrian zu dem Moment gesetzt. Eigentlich völlig überrascht, also hätte ich niemals mit gerechnet, dass er da so gut drüber kommt und da auch noch so mitfahren kann an der Stelle. Also das hat mich so nachhaltig beeindruckt. Naja, das hat mit Sicherheit sehr, sehr viel überrascht, mich eingeschlossen, dass der im Poggio drin sogar die Attacken von Alaphilippe da mitfahren kann. Das war schon enorm. Aber auch, ja, ich fand es überraschend, dass das nicht so war wie im letzten Jahr bei Mailand Sanremo, als Ampoggio, als Alaphilippe angetreten hat, im Prinzip das Rennen entschieden war. Also der konnte mit seiner Attacke diesmal nicht die anderen abhängen. Und das hat es auch deutlich, wie soll man sagen, ja, Spannungsgeladener gemacht. Also Calabrian war für mich, also das war für mich so ein bisschen, obwohl er nicht gewonnen hat, war das für mich der Sieger der Herzen. Weil der kleine, ich glaube, er war jetzt auch schon mal, mehrmals sogar Zweiter, glaube ich, bei Mailand Sanremo. Echt? Das hatte ich gar nicht so, das hatte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also 2018 war er auf jeden Fall Zweiter. 2020, weiß ich gar nicht, ob er da überhaupt dabei war. Da war er, nee, nur 113. Okay. 2018 war, bin ich mir relativ sicher, weil ich das noch im Kopf habe, war, glaube ich, Zweiter. Und ja, also ist ein Sprinter, dem das Rennen ganz gut legt, weil er über so kurze Hügel gut drüber kommt. Aber der Sieg war ihm bislang noch nicht vergönnt. Und man sieht ja an der Siegesliste, also es gibt selten den gleichen Sieger bei Mailand Sanremo, wie schwer das ist, da zu gewinnen. Ja, auf jeden Fall, Calabrian ist bei mir im Kopf jetzt abgespeichert und er ist ein potenzieller Siegkandidat für Mailand Sanremo. Obwohl er von seiner Statue her, von allem irgendwie, er wirkt ja nicht so richtig zugehörend davon. Ich dachte so, ach komm, mach es doch bitte, Calab. Er ist ja so ein atypischer Sprinter, sehr, sehr klein und beißt ja beim Sprint schon fast aufs Vorderrad, aber dadurch ist er natürlich vielleicht eher in der Lage, als so ein schwerer Sprinter, wie beispielsweise ein Arno de Mar oder auch wie es ein André Greipel ist, da eher über solche Dinger drüber zu kommen. Ja, aber irgendwann hat er sich dann vorne diese Gruppe gebildet, sage ich mal mehr oder weniger und Jasper Steuven war dann derjenige, den es zu schlagen galt und der hat es einfach abgeschossen. Also wirklich, ich hätte bis ganz kurz vor dem Ende des Rennens nicht darauf gedacht, dass er es machen wird. Ja, ich auch nicht. Also ich dachte, die kommen von hinten noch wieder ran, aber es waren einfach keine Helfer mehr da, die da noch hätten das Loch irgendwie zufahren können. Und er hat es aber auch, muss man ganz ehrlich so sagen, Sören Krag Andersen zu verdanken, der zwischenzeitlich da noch nach vorne gefahren war, dass er ihn da abgelöst hat, weil ansonsten wäre er auch alleine nicht durchgekommen wahrscheinlich. Naja, ja, schon, aber andererseits, wenn er alleine nicht durchgekommen wäre, also irgendein, also ohne, wenn nicht irgendeiner noch mal was versucht hätte, weiß ich nicht, also irgendwie muss man das versuchen, und wenn Andersen hat nur das Heft in die Hand genommen und besser vorne explodieren und hinten irgendwie untergehen. Deswegen fand ich den Versuch und sah ja auch im ersten Moment gar nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn die zwei durchgekommen wären und wenn da dann ein Hinsprungstand gefallen hätte, so eins gegen eins wirklich. Aber, ja, Jaspers Däufen auf jeden Fall. Er war ja doch einmal, wenn ich das richtig erinnere, das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, also eine gute Woche. Er war ja auch einmal mit vorne schon, ist dann wieder nach hinten gefahren und dann wieder nach vorne gekommen. Also auch so ein kleines Stehaufmännchen, der Herr Stäufer. Ja, klar. Und generell, Drecksjäger Fredo, ist es bislang eine überragende Saison. Also, die gewinnen viele kleine Rennen und jetzt auch Mailand Sanremo, ein ganz großes Monument für den Sponsor, Silke Fredo, vor allem als italienisches Unternehmen. Sehr, sehr wichtig, das zu gewinnen und sie haben ja an dem Wochenende, glaube ich, noch zwei andere Rennen gewonnen. Von daher, überragend. Ja, diese Trophäe, Laigüeglea, Körne, Brüssel-Körne, Tour der Alps, eine Etappe, also irgendwie so ein Team, was sich schon seit Jahren für mich irgendwie so ein bisschen unter dem Radar fliegt oder nicht so, also seit Degenkolb damals gegangen ist, für mich zumindest jetzt, ich will nicht sagen uninteressant ist, aber irgendwie nie so mit Leistungen komplett auf sich aufmerksam gemacht hat, umso schöner, dass es da jetzt mal wieder auch Positives von denen zu berichten gibt. Ja, und wenn man nochmal auf die anderen Teams so guckt, beispielsweise also Caleb Ewan, Zweiter, Wout van Aert, zwei richtig starke Sprinter dann dahinter und auf Platz vier hätten wir ihm wahrscheinlich alle nicht zugetraut, Peter Sagan. Ja, hättest du vorher mir gesagt, dass Peter Sagan vor Mathieu van der Poel endet, hätte ich dich bestenfalls ausgelacht. Ist das, ist das die, die Wiedergeburt? Also schon deutlich vor Ostern ist der erste wieder auch verstanden? Ja, also Wiedergeburt will ich nicht sagen, aber nochmal vielleicht ein Wort zu Mathieu van der Poel. Da fand ich, hat sich das vielleicht ein bisschen gerecht, was ich gerade gesagt habe, dieses lange Solo bei Tireno Adriatico und er hatte halt keine richtige mannschaftliche Unterstützung zum Schluss. Also er ist weit hinten in den Borgiou reingefahren, musste viele Positionen gut machen und ja, war dadurch wahrscheinlich auch nicht in der Lage, die entscheidende Attacke zu setzen und am Ende war da halt auch nur Randfigur, aber um, zurück auf Peter Saga. Warte, jetzt möchte ich kurz einspringen. Vielleicht ist das, also das mit dem Team, das finde ich immer, ist so eine Nummer. Ja, in Ordnung, er hatte kein Team mehr, die anderen aber auch nicht. was ich vielleicht eher so als Argument sehen würde oder als Punkt sehen würde und das glaube ich, wenn man kurz drüber nachdenkt, klingt das total schlüssig. Du sagtest, er ist zu spät hinten in den Borgiou rein, deswegen musste er sich alleine nach vorne kämpfen. Es ist erst seine zweite Meiland Sanremo-Teilnahme. Vielleicht ist das auch einfach noch ein bisschen Jugendlichkeit, Unwissenheit, wenig Erfahrung, dieses Rennen nicht so genau kennen und so weiter. Vielleicht sieht man da, ist das, und ich finde das eigentlich eher positiv, mal so ein Punkt, wo man sagt, alles klar, der Junge muss auch noch ein bisschen was lernen. Ja, mit Sicherheit. Also er hat ja gesagt, dass es für ihn nicht so das schönste Rennen ist, Meiland Sanremo, weil da nicht so viel passiert und vielleicht hat das auch so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und im nächsten Jahr wird er dann vielleicht ja noch weiter vorne landen. Also Platz 5 ist auch schon à la Bonheur, aber für so einen Fahrer ist natürlich das Ziel, das Ding irgendwann mal zu gewinnen. Aber apropos Mannschaftsstärke, man sieht so, unter den ersten 17 Fahrern hatte glaube ich nur eine Mannschaft, zwei dabei und das war nämlich Bora Hansgruhe und da habe ich so die Taktik im Finale auch nicht so richtig verstanden. Also ich glaube, man hätte vielleicht Peter Saganer aufs Podium bringen können, wenn man dann Maximilian Schachmann für ihn aufgeopfert hätte, aber Sagan war am Ende der Abfahrt wieder dran. Na klar, da musst du innerhalb von ein paar Sekunden, weil das nur noch drei Kilometer sind, dann bis ins Ziel, die Entscheidung treffen, dass ich jetzt Schachmann für ihn nachfahren, aber der ist dann noch halbherzig da eine Attacke mitgefahren, Maximilian Schachmann. Hätte der da den letzten Kilometer von vorne gefahren, bin ich mir relativ sicher, dass Peter Saganer noch weiter vorne gelandet wäre. Ja, ich glaube, der entscheidende Satz dazu hast du am Anfang gesagt, da sind es nur noch drei Kilometer und da muss man in Sekundenbruch teilen vielleicht diese Entscheidung treffen und zu Gesprächen ist man ja eh nicht mehr in der Lage, also mit Team irgendwie oder sonst was, da muss auch vielleicht ein bisschen aus dem Bauchgefühl heraus entschieden werden und nein, diesmal hat man halt nicht die richtige Entscheidung getroffen, passiert und ich fand in erster Linie und das Wichtigste für mich war danach so ein bisschen, wow, ein schönes Rennen gesehen, also das hat Spaß gemacht, das war alles, was zum Radspot dazugehört oder alles, was ich sehen möchte in so einem Finale auf den letzten 20 Minuten. Ja und sehr fragwürdig fand ich auch noch die Taktik vom Team Ineos, also da wusste hinterher auch keiner, was die vorhatten. das wusste die selber nicht. Komplett die Cipressa-Abfahrt und dieses Flachstück zwischen Cipressa und Poggio mit voller Mannschaftsstärke von vorne gefahren und am Ende rang 15 für Thomas Pitcock der beste Bestplatzierte und der hat hinterher selber gesagt, er wusste nicht, wo er hinfährt in der Poggio-Abfahrt, also die hatten keinen so richtigen Plan. Nee, irgendwie läuft es da nicht, also ich kann auch jetzt nicht so wirklich zu 100% sagen, also wenn ich das sagen könnte, dann würde ich mir wahrscheinlich morgen hier einen Vertrag unterjubeln wollen, aber irgendwie da läuft es nicht. Ich weiß auch nicht, was da falsch läuft. Naja, also zumindest wenn ich jetzt da keinen Sieg-Aspiranten habe, klar, Kwiatkowski, der das Rennen auch schon gewonnen hat, ist aber nicht mehr derselbe, wie er mal war. Wenn ich den habe und Pitcock, zwei potenzielle Fahrer für die Top 5 vielleicht, aber nicht den Top-Favoriten, dann muss ich da vielleicht nicht versuchen unbedingt das Rennen selbst komplett in die Hand zu nehmen. Ja, aber trotzdem eine komische Nummer irgendwie, also die können mit ihrem Frühjahr finde ich, haben die überhaupt, also ich gucke gerade mal rein, Wins, okay, hier meine achte Etappe, aber so richtig zufrieden sein, können die mit ihrem Frühjahr eigentlich bis dato nicht Top-Results. Nö, ich glaube, ich glaube, da ist nicht so die allerbeste Stimmung hinter den Kulissen. Da ist der eine oder andere unglücklich. Ja, Mainland San Remo ist damit das erste Monument, was wir abschließen können und ich sage mal so, wenn die anderen Momente, äh, Momente, wenn die anderen Monumente so nachziehen wie Mainland San Remo, dann ist das eine Saison, die für einiges, was aus der letzten Saison nicht passiert ist, doch ganz angenehm entschädigen wird. Oder? Also, ich blickte mit. Ja, definitiv, also das war ein Mailand San Remo, was richtig Spaß gemacht hat. Ja, und mit dem Halbklassiker, wie man ihn ja schon was bezeichnet, äh, Strana Bianchi, ähm, ja, alles gut in der Hinsicht. Äh, wir waren eben in Frankreich, dann waren wir in Italien, dann Mailand San Remo, äh, wieder Italien, gibt's mal eine andere große Radsportnation zu besuchen, nämlich die 100. Vuelta a Catalonia, die Katalonien-Rundfahrt, die auch zurzeit stattfindet. Und, ähm, da sind wir mittlerweile bei Etappe Nummer vier angekommen, gehen mal kurz durch die erste Etappe. Ähm, Etappe Nummer eins ging von Caleia, Caleia, ist das das Caleia, nee, das ist ja ein anderes, wie sprich man das aus? Caleia nach Caleia. Ja, aber es gibt doch ein anderes Caleia, oder ist das Caleia, was ich kenne? Überleg ich gerade. Aber es gibt wahrscheinlich in Spanien. Caleia, ich weiß es nicht genau, also ist ja Katalan. Ja, muss ich mir überlegen. Das ist ja in der Nähe von Girona, Girona. Ja, kurze Hintergrundinformationen für Hörer völlig uninteressant, ihr könnt jetzt 30 Sekunden vorspulen. Ich war früher mit meinen Eltern relativ häufig in Spanien in so einem Ort und so als Jugendlicher, wie man das so schon sagt und der müsste dann ergehen, also da gab es ein Caleia, bloß ich frage mich gerade, ob das auch da war. Aber gibt es viele Caleias in Spanien? Gucken wir mal Caleia, Spanien, ne, gibt es nur eins, also ne, ist rausgebrochen. Caleia, Mama, ist völlig uninteressant, Barcelona, ist das nördlich von Barcelona? Ne, dann ist es ganz woanders. Da ist ein ganz anderes Caleia, als ich es kenne. Nun ja, machen wir mal weiter. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder hier an diesem Punkt eingestiegen. Erste Etappe ging direkt, ich will nicht sagen extrem bergig zu, aber es waren zumindest ein paar Hügelchen bei dir, die es den Fahrern schwer machen konnten. Ja, es war die Frage, ob da eine Ausreisergruppe durchkommt oder aber ist was für die wenigen Sprinter ist, die dabei sind und, ähm, Bora Hansgrohe hat versucht, das Rennen zu kontrollieren und dann war es aber so, also für Peter Sagan, der da mit am Start ist und da war es aber so, dass in diesem Zweit- oder Erstkategorieberg, besser gesagt, also, zwölf Kilometer mit vier Prozent, jetzt nicht super schwer, aber da ist dann, äh, Moviestar nach vorne geprescht, wollten sich vielleicht so ein bisschen in ihrer Heimat zeigen und haben dann Peter Sagan aus dem Feld gefahren und dann, ähm, ja, war es im Finale Vogelwild, also da kam eine Attacke nach der anderen, Moviestar hat dann plötzlich aufgefahren, aufgehört zu fahren und, ähm, weiß nicht, was da an dem Tag deren Taktik war, weil die hatten am Ende dann, ja, ich glaube, Valverde war der Bestplatzierte von Moviestar am Ende als Achter, die hatten jedenfalls nicht das erreicht, was sie, äh, vorhatten, und am Ende hat sich eine kleine Gruppe abgesetzt mit vier Mann, unter anderem, äh, mit Lennart Kemner dabei, der aber, ja, gegen so gute Leute im Sprint wie Andreas Krohn oder auch Luis Leon Sanchez dann keine Chance hatte. Luis Leon Sanchez ist mir, über den Namen bin ich mir wieder geschaut, also lange nichts mehr gehört irgendwie, ne, also, irgendwie so, erfreulich erregt war ich, dass man mal wieder was von ihm hört. In der letzten Saison hat er da irgendwas gewonnen, ne, also hier ein Dittner-Finish, hier mal 91 Star, war er nicht gestürzt letztes Jahr auch irgendwie schlimm? Ja, spanischer Meister ist er geworden. Ja, gut, das wird doch am Abend vorher in der Bar ausgemacht, ähm, also, das hat man mir immer gerüchteweise zugetragen, dass das jetzt ja, ähm, nee, aber, weiß nicht, wie komme ich jetzt darauf, dass er gestürzt ist? Naja, ähm, genau, Luis Leon Sanchez an der Stelle, ähm, ist dort, warte mal, ich habe mich jetzt komplett verklickt, weil ich kurz wissen wollte, was mit Luis Leon Sanchez im letzten Jahr los war. Ja, Platz zwei für ihn, an dem Tag, dritter Remy, äh, Rouchard vor Lennart Kemmner, ja. Und damit auch dann das erste, äh, Zwischenergebnis in der Platzierung, zweiter Tag, war dann ein, ähm, Einzelzeitfahren von, wie viel Kilometer waren es? 18,5 und da wiederum, äh, war ich auch wieder freudig, äh, freudig erregt, einen alten Namen zu hören, äh, Ron Dennis. Haben die den bei Ineos einfangen können? Also, da sind auch die Leistungen extrem spannend, und wie ich finde, äh, scheinbar immer, wenn er Lust hat, dann haut er mal einen raus, so wie da jetzt, also das Zeitfahren, dass er gewinnt, aber dann auch wieder, ja, wo man schon wieder so ein bisschen Mut maßt, äh, er hat ja auch immer so ein bisschen Ambitionen in Richtung Classe-Mont, fällt er in den Bergen wieder sehr früh zurück, also, vielleicht hat er sich auch einfach da mit dieser Helferrolle und für die Zeitfahren gut fahren, äh, abgefunden. Meinst du denn, dass, also kann ich mir, also ich, meiner Meinung nach, würde, meine ganz feste Meinung dazu ist, dass er gut daran tun würde, ähm, sich darauf zu beschränken und sich auf seine Helferrolle zu besinnen, aber so vom Typ, vom Charakter her, meinst du, das kriegt er hin? Also klingt jetzt blöd, kriegt er hin, natürlich kriegt er das, wenn er Sinn kriegen muss, aber ich kann mir das irgendwie, Ron Dennis, der sich mit allem abfindet und nicht doch irgendwann mal wieder, ähm, auf den Putz hauen möchte, kann ich mir irgendwie wenig vorstellen. Er ist halt so eine Drama Queen, also, der ist mal so, mal so, also es kann auch mal sein, dass er da mal wieder so einen Aussetzer hat und dann gegen die Team Order schießt, kann ich mir auch gut vorstellen. Naja, also ich hab, wer war das denn, ähm, es gibt doch diesen berühmten Account hier, äh, äh, wie heißt das, The Secret Pro, ne, der dann immer davon sprach, äh, die, die, wie heißt das, äh, die, 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 die Dämonen, mit denen er zu kämpfen hat, ne, also wer weiß, was dahinter ist und ich bin, ich, ich empfinde immer irgendwie so eine ungesunde Mischung aus Mitleid und, ähm, dann aber doch, na ja, er ist ein Profi und da gehört auch nur mehr, gehört nicht nur zu, ab und zu mal schnell fahren zu können, sich auch zu integrieren, in der Mannschaft zu sein und, 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 ähm, ja, immer schwer, aber ich würde, ich gönne ihm nur das Beste und ich habe mich sehr gefreut über diesen, äh, Sieg, den er da eingefahren hat, ähm, vor Remy Cavagna, äh, Joey Almeida, äh, die zweite Korni-Quickstep-Fahrer, äh, Steven Kreuzweig auf Platz 5 vielleicht noch so ein bisschen, Reggie Port, Adam Yates, also, er hat da jetzt auch keinen Kanonenfutter geschlagen, ähm, dritte Etappe, kommen wir nochmal dazu, äh, Kanal Olympique, die Katalunia, nach, Falta 2000, das ist Valverde, Valverde vor 21 Jahren, oder was, äh, war eine Etappe, die mit, also das, was man, aus einem Rollerberg wurde das, der, ein Rollerberg, der am Ende, am Ende schwierig werden sollte, würde ich es, würde ich die Strecke formulieren. Ja, das war am Ende ein richtiges Brett, also, wenn man da mal sieht, die letzten, äh, 11 Kilometer, fiel die Steigung selten unter 8 Prozent. Ja, das nach über 200 Kilometern. Und dann auf eine Höhe, bis auf, 2145 Meter, um die Jahreszeit, klar, da hat man jetzt gesehen, war gutes Wetter, und, äh, kein Schnee, kann natürlich auch mal anders aussehen. Ja, und die Etappe, ähm, war natürlich prädestiniert dafür, dass da, ja, ein Gesamtklassmoor, eine weitere Vorentscheidung fällt. Es war für mich nur die Frage, welcher der vielen Ineos-Fahrer, jetzt derjenige Auserwählte sein würde, der auf, äh, den Gesamtsieg fahren darf. Also du meinst, ähm, wie bei der Spanischen Meisterschaft, die haben das ausgeknobelt vorher? Oder? Ja, ich weiß es nicht. Oder hat man, oder hat man da einfach mal, äh, wie soll man sagen, das, das Fell des kleinen Bären verteilt, damit man die großen Fälle noch an andere geben kann? Ne, also es war, glaube ich, wirklich schon der Stärkste an dem Tag, Adam Yates. Was man aber gesehen hat, es war, äh, wie du schon gesagt hast, in Walter 2000, die Auferstehung des Alejandro Valverde, nachdem er ja in den letzten, ja, in dieser Saison eigentlich noch nichts gerissen hat, sondern immer recht früh auch schon oft abgehängt wurde, hat er da eine richtig starke Leistung mit 40 Jahren noch gebracht, war einer der Ersten, der angegriffen hat und, ähm, ist dann auf den dritten Platz gefahren. Die Frage, die ich mir stelle ist, wie oft wird man, wird man ihn in der Saison so, mit so einer Leistung noch mal sehen können, ne, also, hältst du das, äh, für lange möglich, dass das noch lange passieren wird? Also kann er auf dem Niveau weiter, kann er auf dem Niveau sich weiter oben halten? Das glaube ich schon, also wenn er es jetzt einmal hat, dann kann ich mir das schon vorstellen, nur, ja, also ich weiß jetzt nicht, woran das gehakt hat, also, dass er da jetzt auf einmal wieder so explodiert, ähm, es ist die Frage, an welchen Stellschrauben der Movistar gedreht hat, wobei ich generell glaube, dass Movistar nach diesem sehr, sehr schwachen Saisoneinstieg extrem viel Druck vom Sponsor bekommen hat, dass die jetzt mal was abliefern, zumal noch bei der Katalonienrundfahrt, ein Heimrennen, also man sieht, die machen jeden Tag irgendwas, auf der ersten Etap, haben wir ja auch schon gesagt, haben sie das Feld auseinandergefahren und, äh, am Ende wieder eine typische Movistar-Taktik, wo nichts bei rausgekommen ist, ähm, aber sie probieren halt jeden Tag irgendwas, ich glaube, dass es da im Hintergrund, äh, ordentlich mal die Fetzen geflogen sind. Also du meinst, äh, die gleichen Fetzen, die bei Aeneos geflogen sind, nur die haben jetzt ein nochmal deutlich besseres, besseres Ergebnis. Ja, so kann man es sehen. Ja, ja und vor allen Dingen ist ja für Movistar auch deutlich wichtiger. Naja, vielleicht und vielleicht hat man auch gesagt, okay, Valverde hebt ja jetzt nichts auf mehr für den Rest der Saison, wir brauchen jetzt mal hier ein Grinsegesicht auf der Zeitung in Spanien. Interessant war ja auch, äh, nachdem Valverde das erste Mal attackiert hat, weißt du, wer ihn da zurückgeholt hat? Hm, darf ich raten? Ja. Also ich kann mir nur, also wenn ich mir jetzt so die Liste angucke, wer da vorne noch so mitgefahren ist, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass es entweder, äh, warte mal, lass mich mal gucken. Also einen kann ich, der offensichtliche nenne ich jetzt erstmal nicht. Nee, sonst sehe ich da keine. Also Quintana wäre natürlich jetzt der, der Captain Obvious. Genau, der war es. Also der ist halt zu Valverde wieder hingefahren, hat ihn eingeholt. Ich dachte jetzt noch, ich musste kurz überlegen, ich bin aber auch nicht auf den Namen gekommen, wer war das nochmal in der Doku von Movistar, der, ähm, hier vorne zurückgeholt, war es nicht mit Landa? Äh, der Helfer, der zurückbeordert worden ist, war Marc Soler. Marc Soler, genau, auf den Namen bin ich nicht gekommen und hab ihn gesucht, weil das wäre jetzt noch der, also das wäre dann noch, also da hätte ich noch mehr Spaß gehabt an der Geschichte. Ja, aber es war halt wieder so ein Bild für die Götter, die beiden zusammen, Valverde und Quintana und Quintana fährt nach vorne und macht wieder den Ellbogen raus. Ja, ähm, kurzer Zwischeneinschub, ähm, gibt's von der, gibt's von dieser Doku eigentlich einen zweiten Teil, hab ich das letztens irgendwie richtig mitbekommen irgendwo? Genau, da wird's, äh, eine Fortsetzung geben, die in diesem Frühjahr irgendwann erscheinen soll. Die dann über die letzte Saison diese glorreiche berichten werden. Netflix Movies, da die, ja, wenn du im Netflix Movie googelst, ne, dann kommst du natürlich, äh, ich glaube, das heißt, äh, El Dia Menos Pensado, also ein unerwarteter Tag im, äh, Leben eines, blablabla irgendwie. Ein unerwarteter Tag im Radsport, äh, ich weiß jetzt noch nicht, wenn ich jetzt Netflix aufmache, ob ich nicht, erste Staffel, ach, jetzt geht wieder der Ton an, verdammte Kacke. Nee, mach ich jetzt mal raus. Also da steht, ich hab noch nichts gefunden jetzt über die zweite, naja, ist auch wurscht. Ähm, also, ähm, gewonnen an dem Tag hat dann Adam Yates vor Esteban Chabes mit Valverde, wir hatten es schon berichtet, zur vierten Etappe, die dann auch wieder, wie in Katalonien üblich, nicht gerade nur ein flaches Brett war, äh, von Ripoll nach Porte Anje, hm, schwierig, Anje? Ja, kann sein. Port Anje, also weiß jetzt auch nicht, wenn man das richtig ausspricht, Port Anje. Ähm, korrigiert uns, korrigiert uns bitte, wenn ihr es richtig wisst. Und, ähm, naja, Adam Yates, Gerard Thomas auf Platz drei und vier, sie waren zumindest mit dabei, dass die Mineos im Gegensatz zum Team Movie Star, die warte, ich such mal gerade, ah doch, war Werder, da oben, Sechster, hab ich jetzt gerade mal sehen. Ja, zwischendrin war es ja so, auf der Etappe jetzt, ähm, die übrigens, wenn man geografisch das mal verortet, äh, in den Pyrenäen geendet ist, auf der spanischen Seite, beziehungsweise der katalanischen, da war zwischendrin, äh, meine Spitzengruppe mit recht prominenten Namen, unter anderem Rigoberto Uran und Lennart Kemner, der da attackiert hatte und zwischendurch auch mal virtuell der Führende war, mit gut dreieinhalb Minuten Vorsprung, äh, wurde dann aber wieder eingeholt und, ja, man hatte so das Gefühl, bei dem Schlussanstieg, Ineos ging's darum, ähm, auch, äh, Richie Port und Garen Thomas auf die Plätze zwei und drei zu bekommen, also die sind nicht um den, um den Etappensieg auf, äh, Gedeih und Verderb gefahren, sondern, denen hat's gereicht, da, äh, wer war's, Joao Almeida da noch vom Podium zu stoßen. Und vor allem die absolute Demütigung Platz eins, zwei und drei in Spanien und bei Werder auf dem vierten Platz, der vielleicht so neben dem Podium noch steht, um einen Blumenstrauß zu kriegen. Das wäre echt eine maximale Demütigung. Oh Gott, oh Gott. Ja, war recht kontrolliert und dann, ja, was war's, vier, fünf Kilometer vom Ziel hatte da Esteban Chavez schon angegriffen und immer einen kleinen Vorsprung gehabt, den er ins Ziel gerettet hat. Ja, und dann hat der nicht mehr ganz so junge Kolumbianer vom Team Bike Exchange das Ding dann abgeschossen. Und somit ist gerade die Gesamtführung, wie gerade eben schon beschrieben, ähm, na, jetzt habe ich mich wieder verlegt, das war Adam Yates vor Richie Porte und Garen Thomas und dann Alejandro bei Werder. Ich wollte aber dazu noch sagen, äh, zu diesem Angriff von Lennart Kemmer, das war natürlich eine Harakiri-Aktion, also, da alleine 50 Kilometer vor Ziel loszufahren gegen das komplette Empire, ist natürlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Vielleicht hat er sich zu viel Mathieu von der Pol Videos angeguckt. Tut sich das als Beispiel genommen? Ich weiß nicht, aber, ähm, ich bin da so ein bisschen, äh, ja, enttäuscht vom Team Bora, weil man hat gesagt, man möchte jetzt in dieser Woche, äh, oder bei der Rundfahrt mal Lennart Kemmer im Gesamtklass mal ausprobieren, was ist, am ersten Tag wird er attackieren geschickt und jetzt auch wieder irgendwie mit so einer Kamikaze-Aktion attackieren geschickt, also, da ist, äh, haben sie was anderes gesagt, als er jetzt macht. Naja, ähm, vielleicht wollten sie sich auch vorher nicht in die Karten gucken lassen oder er hat einfach nach dem ersten Tag schon gemerkt, ich hab gar nicht die Beine für so etwas, ich versuch mich da lieber an ein, zwei Tagen mal mit so einer Aktion eben, vielleicht war das jetzt ein bisschen übertrieben viel, aber, ähm, versuch mich da zu exponieren und so einen, so einen Etappensieg rauszuholen, weil es reicht noch nicht für, für Platz zwei, drei, vier, fünf in der Gesamtwertung, dass man umdisponieren hat, klar, aber du, du musst, du musst dich natürlich daran messen lassen, was du vorher verkündest und dann erfüllst, ne, und dann muss man eigentlich sagen, da gibt's eine Schere. Definitiv, also, ich verstehe da so das Ansinnen oder die Taktik von Bora manchmal nicht. ich finde, dass alles, was man so sagt, du liest und mitbekommt und hört, da ist halt so viel, viel Tamtam, aber da kommt nicht viel hinterher, ne, viel Rauch um nichts, ähm, aber wenn man am Ende sich mal die nackten Zahlen anguckt, was das Team Bora in dieser Saison bisher eingefahren hat, dann ist das halt wirklich überschaubar. Für ein Team, was an die Weltspitze will, ist das, äh, Paris-Nitzer, da klaffen Anspruch und Wirklichkeit ein bisschen auseinander. Ja, also außer Paris-Nitzer ist da nicht viel und, ähm, da muss man sich, also ich denke, da wird man sich auch Fragen gefallen lassen müssen, wenn da nicht bald was passiert. Vielleicht haben die auch den super Masterplan und, äh, wollen uns in der, äh, die Heine Fugel... Na, ich glaube, um so ein, so ein richtiges erstes Fazit mal zu ziehen, äh, muss man sich danach der Klassiker-Kampagne, also sprich nach Lüttich-Bastogne-Lüttich, nochmal zusammensetzen und dann kann man wirklich en detail beurteilen, äh, wie die abgeschnitten haben. Ich denke, das machen wir einfach mal. Sollen wir, vielleicht sagen... Sollen wir dieses Jahr noch eine Folge aufnehmen? Vielleicht sagen sie sich auch nur wie, wie, äh, Mark Cavendish und das ist jetzt vielleicht auch eine ganz gute Übersetzung, diese ganzen Shit-Races lassen wir die anderen mal gewinnen und wir konzentrieren uns auf das wirklich Wichtige. Ein Zitat für die Ewigkeit, das, äh, muss man so sagen, ähm, damals von ihm ausgesprochen so. Ähm, genau, das ist jetzt, äh, deine elegante Überleitung zur Settimana Coppi Aibatidi, wie ich finde, also wenn ich, wenn es schon ein Rennen ist, was ich mit Namen, ein italienisches Rennen, was ich mit Namen kenne, dann muss es schon was Besonderes sein, war, also, ne, jetzt vom Giro d'Italia mal abgesehen, sondern als von diesen kleinen, und meiner Ansgar, Remo vielleicht noch, als von diesen kleinen Rennen, was aber gar nicht so alt ist, äh, wie, also, aber traditionsreich irgendwie, ne, also gibt's jetzt noch nicht so lange, aber nichtsdestotrotz, es hat so einen Namen, der halt präksam ist, eine Siegerliste, ähm, eine schöne Geschichte. Ja, also, das Rennen an sich ist ja immer, ne, ganz nettes Vorbereitungs, Vorbereitungsaufgalopp für viele Fahrer, also, es ist nicht so super prominent besetzt, aber man sieht jetzt auch in diesem Jahr, da gibt's dann, äh, immer so Halb-Etappen auch, äh, eine mit drin, also, erste Etappe 1a, war halt eine Straßen-Etappe, morgens früh, was man halt selten sieht, und dann am Mittag noch ein, Mannschaftszeit fahren, und, ja, insgesamt sind's dann fünf Etappen. Mhm. Diese, diese geteilten Etappen, wie war's, wo Jens Vogt übergewissen hat, der Grand Prix International oder so, ne? Kriterium International. Kriterium International. Da war der irgendwo, Seriensieger, so gibt's auch nicht mehr, oder? Ne, das gibt's leider nicht mehr, also, es wurde ja zwischenzeitlich mal, äh, aus der Gegend, Charles-Bel-Messier, nach Corsica verlegt, und dann, äh, konnte das aber leider nicht mehr fortgeführt werden. Schade, schade. Also, äh, erste, erste Teiletappe, mein Gott, 100 Kilometer Teiletappe, danach könntest du mir schon sauerstatt aufzählt aufbauen, äh, wurde im Sprint entschieden, Marius Meyerhofer auf, vom Team DSM auf Platz 3, sehr erfreulich, nur geschlagen von Mark Cavendish und Jakob Mareczko, irgendwie, so wird er wahrscheinlich ausgesprochen. Mareczko, ja. Mareczko, dann, äh, sehr, sehr erfreulich, zumindestens, und, aber in der Kombination von Fahrern, jetzt auch nicht so hundertprozentig überraschend, gewann dann das Mannschaftszeitfahren, Israel Startup Nation, Matthias Brentl, Alex Dowsett, gute Zeitfahrer, war jetzt nicht so wirklich, Nö, war jetzt nicht so überraschend, aber, sehr erfreulich, dadurch, dass Mark Cavendish auf der ersten, äh, Halbetappe zweiter geworden ist, war an dem Tag dann, äh, am Ende des Tages, nach der Mannschaftszeitfahren der Lieder. Ja, also, alles, was wir uns vor der Saison gewünscht haben, er gewinnt nochmal irgendwas, oder kommt nochmal ins Lieder-Trikot, ähm, der sympathische Britte, so zumindest meine Meinung, nicht jeder hier in dem Podcast hat diese Meinung, ich grüße an dieser Stelle den lieben Chris. Ähm, ja, und dann möchte ich noch sagen, äh, Etappe Nummer zwei, äh, gewonnen von Jonas Winkegaard, also, man sieht, das war da scheinbar, so ein Rundkurs, Soliano al Rubicione, hieß der Anstieg, der da, äh, zweimal, ne, dann glaube ich, sogar zwei, viermal absolviert werden musste, und, äh, am Ende gewonnen von Jonas Winkegaard, aber auf Platz acht, ganz bemerkenswert, Marco Brenner mit nur 18 Jahren. Ah, das war dieses Talent, was du schon immer mal wieder, dessen Namen du hier hast fallen lassen, ja, das, äh, kann man in der Tat sich sehen lassen, also mit 18, da, hab ich gerade, da waren ja jetzt auch einige gute Fahrer dabei, die, äh, zum Beispiel Sergio Enau, den er da hinter sich gelassen hat, also, das war jetzt nicht unbedingt Laufkundschaft. Ne, also, äh, grüße mal an das Team DSM an der Stelle, und, äh, Glückwunsch, also, das Einzige, ich hab nur das Problem mit dem Namen Augsburg, mit dem Platz auf, das ist eine sehr lange Geschichte, aber Augsburg, fällt mir immer schwer, ähm, das war Etappe Nummero, dumm, 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 wo waren wir? Zwei, was kommt da noch eigentlich? äh, warte mal, Etappe Nummer zwei, jetzt hab ich mich mal wieder komplett verloren. Etappe Nummer drei, Regione, Regione, ich glaube, das ist da, wenn man nicht alles täuscht, in der Gegend um den Gardasee, ähm, klingt für mich plausibel. war dann eine ziemlich hügelige Etappe, am Ende von Ethan Hayter, gewonnen vom Team Ineos Grenadiers. Ja, auch noch nie gehört, den Namen, um ehrlich zu sein, also, ist mir bis dato noch nicht untergekommen. Dann kam's noch San Marino, San Marino, nee, das wird's morgen geben, da geht's dann weiter noch zwei Etappen. Und damit hast du mich und wir euch auf den aktuellen Stand der Dinge gebracht, bezüglich aller Rennen, die veranstaltet wurden. Bleibt es noch einen kurzen Blick in die nahe bis mittlere Zukunft zu werfen? Was kommt in Kürze? Und da machen wir einfach mal den Kalender auf. Ein Kalender ist meistens gut dafür, um in die Zukunft zu gucken. Da erzähl ich niemandem was Neues. Und da sehe ich, hier haben wir einen Haken hinter gemacht, hier haben wir einen Haken hinter gemacht, die Vuelta de Catalonia wird noch beendet, dann kommt der E3-Preis, der jetzt E3 Saxo Bank Classic heißt. Dann Gent Feefelgen in Flanders am 28. Heute ist der 25. Heute ist der 25, glaube ich. Ja, genau. Das vielleicht auch für euch zur Einordnung. Naja, dann die Barstow aus Flanders und nächster große, also das nächste große Taschentuch, Knotentaschentuch müsst ihr euch dann machen am 4.4. die Flandern-Rundfahrt. Das ist doch dann Ostersonntag, ne? Ostersonntag ist das, genau. Der Ostersonntag, Flandern-Rundfahrt und alle Freunde der Klassiker, der belgischen Klassiker kommen in der nächsten Woche voll auf ihre Kosten. Wie gesagt, erst die E3-Preis, dann Gent Weberchem, Twastow Flandern und dann die Runde. Ja. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip ab morgen 1, 2, 3, 4 Rennen mit dem großen Abschluss der Runde von Flandern. Genau, ja. Ja. Das ist eigentlich der beste Grund dieser Pandemie zu entfliehen, sich einfach nur zu Hause einzuschließen und ein paar Löffels zu kippen, ein paar Pommes zu frittieren und sonst nichts anderes zu machen. Das kann man durchaus tun. Es klingt für dich nicht, als wäre es absolut vollstrebenswert, aber wenn du wie ich jetzt noch hier so circa einen Meter neben dir noch so einen Rollentrainer stehen hättest, den du da zwischendurch mal wieder zum Frittierfett abbauen nutzen könntest und zwei Stimmchen aufs Rad dich schwingst, dann klingt es wiederum weniger schlimm. Da wäre mir die Motivation schon wieder vergangen, wenn ich sehe, dass am nächsten Montag hier 21 Grad werden sollen. Okay, ja, Punkt. Punkt Goldmann, Punkt für dich. So, vierter, vierter, ich denke mal bis zum vierten, vierten. Ich weiß nicht, ob wir bis dahin, aber nach der Runde von Flandern sollten wir uns einen dicken, fetten Termin in den Kalender machen. Vor allen Dingen, um dann schon vielleicht mal Paris-Roubaix, die fast direkt in der Woche danach kommen wird, anzukündigen und spätestens nach Paris-Roubaix und Flash-Vallon-Amstel-Gold-Race. Lütz ist Personnel. Also ich sage mal, der April gehört den Belgiern. Das kann man einfach so sagen. Ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht erinnern, war es immer schon so, dass alle, also Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Amstel-Gold, vielleicht war dann Lüttich, Bastogne-Lüttich, dass das alles in so schneller Abfolge war. Ja, das ist immer so, dass das komisch ist mir noch nie, also dass das so in drei Wochen alles ist. Dass das so schnell war. Naja. Gut, dann haben wir den Teil erledigt. Wir haben die Vorausschauung, ich habe heute keine Kapitel gemacht, ich Idiot. Das ist nicht gut. Kommen wir noch zu den sonstigen Meldungen, die dieses Mal, ach es könnte, könnte kurz werden, könnte aber auch lang werden. Müssen wir mal gucken, was draus wird. Eschborn ist abgesagt, beziehungsweise verlegt. Ich glaube noch nicht so richtig daran, dass das nochmal passiert dieses Jahr. Ich bin auch gespannt, ob das Jahr, ob das Rennen überhaupt nochmal so richtig aus dem Quark kommt. Ich meine, wenn ein Rennen in Deutschland das irgendwie verdient hat, finde ich, oder mit der längsten Tradition, also es ist natürlich, wäre es natürlich rund um Köln, aber danach direkt Eschborn, City Loop oder wie es jetzt auch immer heißen mag. Ich bin gespannt. Eschborn Frankfurt. Hm? Eschborn Frankfurt. Ja, aber da gab es doch auch alle möglichen Namen, oder? So ist es. Ja, also das Rennen soll jetzt statt am 1. Mai, am 19. September stattfinden. Einfach, denke ich, vor dem Hintergrund, dass Großveranstaltungen so nicht stattfinden. Im Mai auf jeden Fall. Und ja, 19. September, ich weiß nicht, ob da dieses Datum zu halten ist. Ich glaube, da sollen dann auch die Jedermänner fahren, wenn ich richtig informiert bin. und ja, wie gesagt, lässt sich schwierig vorhersehen, wie die Situation im September ist. Eine Woche vor der WM wird einerseits von den Herstellern, von den Veranstaltern als Argument geführt, okay, könnte eine Generalprobe für die WM sein, für die Person. Ja, andererseits könnte man natürlich sagen, werden vielleicht auch andere sagen, ja, ob ich da nochmal was riskiere da an der Stelle. Ich glaube, je nachdem, wie man sich zurechtlegen möchte, kann man sich zurechtlegen. Wäre vielleicht auch mal wieder eine schöne WM-Strecke, abseits meines großen Traums, den Nürburgring als WM-Strecke mal zu bekommen. Aber das werde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr erleben. Ich glaube, die nächste WM, wenn eine in Deutschland ist, wird eher im Sauerland sein. Ach, stimmt. Da war doch diese Vierer-Geschichte schon mal, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Naja, vielleicht werde ich ja alt. Also, ich hoffe, ich werde alt. Vielleicht so als alter Tata-Greis verlasse ich nochmal kurz das Heim, um dann irgendwie nochmal zur WM auf den Nürburgring zu fahren. Verschiebung von Paris-Roubaix stand im Raum, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja, da gibt es verschiedene, verschiedene Medienberichte, dass das Rennen angeblich schon abgesagt ist. Eine offizielle Bestätigung der ASO steht noch aus. Also, da gab es neulich auch ein Interview, was ich gesehen habe, mit dem, was war das? Kein Bürgermeister, sondern vielleicht würde man sagen Landrat, irgendwie dieser Präfektur des des Gebiets da um Roubaix, der sich sehr, sehr skeptisch geäußert hat, dass das stattfinden kann, weil ja, gerade in der Region, also heute am Donnerstag gab es ja auch die Meldung, dass Frankreich generell zum Hochrisikogebiet erklärt werden soll. Da ist halt die Region rund um Paris und ganz im Norden sehr schwer betroffen und ja, also ich schätze mal die Chancen 80 zu 20, dass es nicht an dem geplanten Termin am 11. April stattfinden wird, sondern im Oktober. So schlimm, echt? Ach, das missfällt mir jetzt. Ich hätte ich hätte mich jetzt schon auf den April sagen, okay. Wäre es die Tour de France gewesen, wird es mit Sicherheit nicht abgesagt, aber es soll Bestrebungen geben, der ASO, die sich wohl bemühen, da die Zuschauerzahl arg zu limitieren und dazu habe ich auch noch eine ganz interessante Statistik, ich glaube irgendwo bei Twitter habe ich das gesehen, eine Statistik mit der Belegung der Intensivbetten und da hat man gesehen, beispielsweise in Italien, wo jetzt beispielsweise die Renault Adriatico stattgefunden hat, da war es halt von der Auslastung der Intensivbetten bei weitem nicht so stark belegt, ich glaube da in der Region Nordfrankreich waren es irgendwie 140%, also von daher schon irgendwo nachvollziehbar, wenn sie es verschieben sollten, aber an gleicher Stelle möchte ich auch sagen, dass wenn das Rennen in Belgien hätte stattgefunden, es mit Sicherheit nicht abgesagt werden würde. Ja, also schlagen zweit mal, also von mir aus, der Verlustmensch in mir sagt, sag alles ab, alles, ohne Wenn und Aber, wir müssen jetzt einfach die Scheiße kurz mal runterdimmen und dann wird wieder alles gut, andererseits Paris-OB, mein erster Gedanke jetzt, wo ich das gelesen habe oder mitbekommen habe, wo du es mir erklärt hast, ist natürlich, ja, eigentlich freut sich der Thomas, weil im September regnet es vielleicht dann eher mal, aber so weit dann in die Zukunft können wir ja auch nicht gucken. Es finde ich ein extrem schweres Thema. Klar, es ist ja auch extrem komplex, wenn man mal um andere Sportveranstaltungen blickt, klar, der Radsport ist da eine Sondergeschichte, weil es da halt schwierig ist, Zuschauer Zugänge zum Rennen zu regulieren, aber, ja, was willst du halt machen, wer weiß, wie lange das jetzt dann noch andauert und ob man dann, ja, auch beim Sport alles auf Dauer zusperren möchte. Mein, also ich, in meiner naiven, romantischen Sicht der Dinge, hätte ich es gerne, dass man jedes Rennen stattfinden lässt und den Zuschauern vorher sagt, pass mal auf, jedes Rennen findet auf Bewährung statt, wenn ihr, bleibt weg, bleibt zu Hause, macht den Fernseher an, guckt es euch zu Hause an, wenn die vorbeikommen bei euch, winkt aus den Fenstern, applaudiert aus den Fenstern, schreit sie an, sonst was, bleibt zu Hause. Und wenn das nicht funktioniert, wenn wir einfach das Gefühl haben, es ist nicht mehr sicher, wir können das den Leuten nicht, wir können da nicht hinterstehen, was wir machen, ab dann wird abgesagt. Klar, wirst du den einen oder anderen Idioten haben, der sich nicht dran hält, aber wenn das in der Summe sich mal alle Radsportfans gemeinsam dafür entscheiden, nicht hinzugehen, einfach es am Fernseher sich anzuschauen, weil man den Sport liebt und dann darauf verzichtet, vor Ort zu sein, dann müsste das doch eigentlich gehen. Ja, die Belgier kriegen es ja sehr gut hin, also da hat man im letzten Jahr gesehen, da war fast kein Mensch an der Strecke, die haben sich strikt da rein gehalten, aber ich weiß nicht, wie das halt dann in Frankreich sein wird, also bei der letzten Tour de France haben wir ja gesehen, dass da doch einige Leute da an der Strecke waren und bei Paris-Roubaix, weiß ich nicht, wie das ist. Ja, ja, aber man muss, also mittlerweile bin ich eigentlich davon ab, an die Vernunft der Menschheit zu appellieren, weil ich einfach mittlerweile glaube, das ist nicht vielbringend, aber ich möchte den Glauben daran doch nicht verlieren, einfach und wenn ich dann die Straße runtergehe und sehe da ein Fan stehen, dann haue ich ihm einfach im Kopf. Nee, mache ich auch nicht, aber eigentlich wäre das mein Wunsch, dass die Radsportfans da eigentlich einfach klug genug sind. Ich weiß, dass das naive Sicht der Dinge ist, aber ich möchte es so gerne glauben, dass das funktioniert. Ja, wie gesagt, also sehr, sehr schwierig. Ich könnte es verstehen, wenn das Rennen verschoben werden würde, aber auf der anderen Seite frage ich mich auch immer, wird es dann im Oktober besser sein? Ja. Also man weiß ja auch nicht, was einem da jetzt noch blüht. Also jetzt sagt man zum Beispiel, Impfen ist der Ausweg aus dem Ganzen, aber wer weiß, ob da nicht dann doch irgendwie wieder eine Mutation kommt, da alle Impfstoffe ad absurdum fällt. Ich höre nicht hin, ich höre es nicht, ich höre es nicht, la la la. Nee, du hast natürlich vollkommen recht, aber in Ermangelung an Alternativen ist auch eine schlechte Möglichkeit vielleicht die beste Möglichkeit. Ja. So oder so ist es ein Dilemma. Ja, es ist ein Dilemma, genau, man kann, eigentlich wird man wahrscheinlich nie die richtige Entscheidung treffen können, deswegen muss man die mit dem geringstmöglichen Schaden treffen und da ist das Menschenleben ja dann auch weit vorne. Aber hoffen wir doch einfach mal, vielleicht, vielleicht können wir doch an das, die Vernunft appellieren und viele Leute halten sich dran. Vielleicht muss man doch mal einfach sagen, man muss das doch klar vorher sagen, pass auf Jungs, Mädels, die Mädchen sind ja meistens klüger, die machen nicht so dumme Sachen. Wir fallen jetzt das erste Rennen, die Runde von Flandern findet statt, aber wenn es nicht funktioniert, dann ist der Rest abgesagt vom Bums. Ja, aber es ist ja wieder ein ganz anderes Land, also Belgien und Frankreich lässt sich da ja wenig miteinander vergleichen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ja, aber es ist sicher, dass es in Belgien stattfinden würde, aber in Frankreich, ja, das ist da wahrscheinlich nicht so, ja, Radsport. Stell dir mal vor, die Belgier reißen sich zusammen und ja, alles gut, okay, so können wir Paris-Roubaix stattfinden lassen. Dann lässt man Paris-Roubaix stattfinden und die Franzosen reißen sich nicht zusammen. Dann marschieren die Belgier doch ein in Frankreich mit all ihren Truppen. Zumal es gäbe ja glaube ich auch die Möglichkeit, weil es ja sehr nah an der belgischen Grenze ist, weiß ich nicht, ob es da die Möglichkeit gäbe, da eine Alternativroute über Belgien zu finden. Nee, das ist nicht mein Paris-Roubaix. Das ist nicht mein Paris-Roubaix, das geht nicht, geht nicht. Ach nee, ist alles scheiße. Jetzt hast du mich wieder runtergezogen, Mann. Nee, hast du nicht. Das findet jetzt statt, das habe ich jetzt gerade beschlossen, so, weil alles gut wird bis dahin. Das sind ja noch zwei Wochen. Also es kann sich ja noch vieles Gutes tun in der dritten Welle. Entscheidung soll es wohl Anfang nächster Woche geben, habe ich jetzt gelesen. Ja, dann rufe ich jetzt noch ein paar Leute an und regle das. Wie ich das auch geregelt habe, dass Kreuzweig, Helsing und Van Emden bis 2023 bei Jumbo bleiben. Ja, fand ich ganz interessant, dass der jetzt auch in Steven Kreuzweig seinen Vertrag nochmal verlängert hat, weil doch in der Mannschaft, also man hat jetzt auch schon wieder Bilder von Tom Dumoulin auf dem Fahrrad gesehen, doch viele Classe-Mont-Fahrer sich tummeln. Man weiß auch nicht, welche Ambitionen Wout van Aert beispielsweise noch in Richtung große Rundfahrten hegt. Naja, aber ich bin ja auch immer, der Gedanke könnte ja auch sein, alles klar, wir verlängern jetzt mal hier mit dem, dann können wir uns ihn wenigstens, also ist er versorgt, wir haben ihn dann für uns gesichert und dann wandert er nicht so einfach mal schnell Leben ab. Ja, aus Teamsicht, klar, aber aus Fahrersicht. Ach, er nimmt jetzt mal das Geld mit und wenn es am Ende des Tages er jetzt doch zu einem anderen Team will, dann sollen die ihn freikaufen. Also ich glaube ja, weil diese ganzen Verträge sind nicht so viel wert, wie die Tinte, die da benutzt wird, um so drauf zu schreiben. Also ich glaube, für den Fahrer zumindest, das hat er jetzt nochmal zumindest die Zeiten auskommen, ist gesichert und ja, gut ist. Also, freut mich aber für Größweig, der, da in dem Team schon, die wollen vielleicht doch einfach mal was Großes aufbauen, ne? Also, vielleicht werden hier das neue Ineos mit ganz vielen Kapitäten, aber keiner mehr, der die Arbeit machen will. Wirkt vielleicht, vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen in die Richtung geht. und dann kommen wir zu dem Thema, auf das ich eigentlich am liebsten schon, was ich schon gewartet habe. Du hast die Tage mir in der Nachricht geschrieben, guck mal hier, irgendwie so, Wattwerte explodieren. Wo ist dein Link? Hast du noch ein Link für mich? Nee, ne? Ich nicht mehr. Im Prinzip. Also, ich habe, ich habe mal ein bisschen recherchiert, die Tage und ein paar Zeiten und Daten zusammengeschrieben. Also, es ist sehr, sehr auffällig, dass seit dem Restart im letzten Jahr, im Juli, beziehungsweise August, nach der Corona-Pandemie, oder ja, nach der ersten Phase der Corona-Pandemie, da die Zeiten an den Bergen förmlich pulverisiert werden. Also, ich habe mal beispielsweise geguckt, im letzten Jahr bei der Tour de France, diese Etappe über den Perissot, wenn du dich erinnern kannst, über die Ostseite, ist Tadej Pogacar diesen Anstieg mit 24 Minuten 35 gefahren. Und zum Vergleich, im Jahr 2003, also das waren 462 Watt für ihn, das kann man nachlesen bei Kronos Awards, also das ist so eine französische Seite, die befasst sich nur mit diesem Gebiet im Prinzip. Und die haben das errechnet, das waren für ihn 462 Watt, 6,6 Watt pro Kilogramm, also über rund 24 Minuten. Eine Vergleichszeit im Jahr 2003, 454 Watt, 6,55 Watt pro Kilogramm von Alexander Vino-Kurov. Oder beispielsweise, was wir vorhin hatten, mit dem Anstieg Pratiditivo, da ist ja der Rekord gepurzelt in diesem Jahr, um 2 Minuten 16 und auch bei Paris-Nizza, La Colmaine ist Primoz Roglic in diesem Jahr, es waren 38,33 gefahren, im letzten Jahr Nairo Quintana 38,52 und im letzten Jahr, was auch noch sehr auffällig war, diese Etappe beim Giro Pian Cavallo, da sind Taro Geo gegen Hart, Jay Hindley und Wilko Keldermann 37,51 raufgefahren, also 6,5 Watt pro Kilogramm wurden davon dieser Kronos Watts berechnet und beispielsweise Marco Pantani, gut, das war eine Fabelzeit, 36,20 der war da noch mal um einige schneller, aber im Jahr 2017 wurde der Anstieg auch gefahren und da war Vincenzo Nibabidi mit 39 Minuten und 10 Sekunden eine Minute und 19 langsamer als die im Jahr 2020. Ich finde gerade die letzte Zeit, die Aussage, Pantani war noch schneller, aber nur ein bisschen schneller, das macht mir am meisten Sorge, glaube ich, von allen Themen, was du gerade zeigen kannst. Ja, aber natürlich lässt sich das immer so, also es ist, denke ich, keine wissenschaftliche Methode in dem Sinne, weil da zu viele Faktoren eine Rolle spielen, wie Wind, was sich alles schwierig genau berechnen lässt, aber es ist ja jetzt kein Zufall, dass dieser Trend sich sozusagen so fortsetzt über all die Anstiege. Genau darauf wollte ich hinaus, ich glaube, man kann mit Sicherheit nicht jede einzelne Zahl als Indikator sehen, aber die Summe macht es dann einfach, wenn man jetzt sagt, okay, hier ist es passiert, hier ist es passiert, hier ist es passiert, okay, vielleicht ist nicht jede Zahl zu 100%, wie soll man das sagen, also nicht jeder einzelne Wert als solcher macht die Aussage, bekräftigt die Aussage, sondern einfach die Summe der einzelnen Indizien oder die Summe, Indizien klingt jetzt zu strafrechtlich, aber zu, die Summe des Ganzen, das macht ja das, wo man dann irgendwann mal sagt, okay, wo sehr viel Rauch ist, da ist meistens auch irgendwo zumindest ein bisschen Feuer. Ja und auch in diesem Jahr, also jetzt bei der Katalonien-Rundfahrt, diese beiden Anstiege, Portenet heute und Walter 2000, hat Walter 2000, Adam Yates, seine eigene Bestzeit um 47, 44 Sekunden verbessert und auch bei der Etappe, die Chavez gewonnen hat, die hat dann 47, 36 den Schlussanstieg gefahren und Quintana 2016 48, 38, also eine Minute, zwei war da Chavez schneller und vielleicht noch eine Vergleichszahl zu dieser Pianca-Vallo-Leistung von Hindley, Tao Geo Gegenhardt aus 2020, also sie sind ja 37 Minuten 51 sozusagen geklettert, 6,5 Watt pro Kedogramm wurden da errechnet und im Jahr 2008 der Anstieg nach Otakam, wo Leonardo Pierpoli die Touretappe gewonnen hat, auch 37 Minuten 32, war das eine ähnliche Belastungszeit mit 6,5 Watt pro Kedogramm auch, also die lagen da genau auf einem Niveau, was die Wattleistung über so rund 37 Minuten angeht. Also zusammengefasst, wenn ich das richtig so wiedergeben... Die Rennen werden immer schneller, also die Zeiten in den Anstiegen purzeln gerade so, ja, wie es nur geht, also der Poggio-Rekord wurde jetzt zwar nicht geknackt bei Mailand Sanremo, aber war auch nicht weit davon entfernt die Zeit und was halt auffällt ist, dass nicht einer oder zwei da so herausstechen, sondern die ganze Elite sozusagen, die Gruppe vorne ist unheimlich schnell. Ja genau, das wollte ich sagen, also da eben schon mit den 19- oder 17-Fahrern, es ist kein Phänomen, was jetzt einen einzelnen Fahrer betrifft, sondern es betrifft einfach alles in der Breite, nicht nur in der Spitze, sondern viele Fahrer legen da Werte hin, die Augen wie sagt man mit den Augen rollen lässt oder die Augenbrauen heben lässt, die einfach, also es sind ja jetzt nicht, also vor zwei, drei Jahren sprachen wir noch darüber, dass die Zeit langsamer, dass das Peloton langsamer wird und dass das ein guter Schritt ist und das ist ein Punkt, den ich noch viel, viel wichtiger finde oder viel, viel kurioser finde, als jede einzelne Zahl, dass da nirgendwo so drüber gesprochen, geschrieben und spekuliert wird. Ja, also ich finde so in den gängigen Fachmedien, wenn ich das irgendwo mal durchkehre, beispielsweise, ja, weiß ich nicht, Ratsport News oder die einstiegigen deutschen Medien und auch bei im englischsprachigen Raum finde ich wenige Fachartikel dazu, die das Thema mal genauer unter die Lupe nehmen, aber ja, da sollte man aus der vorigen Zeit eigentlich gelernt haben und da auch kritische Nachfragen stellen, aber ich weiß es ja nicht, da bist du vielleicht auch besser informiert, vielleicht gab es in letzter Zeit auch irgendetwas, was sich in technischer Hinsicht geändert hat, dass die Räder plötzlich schneller geworden sind. Nee, nicht in den Bereichen, also du kriegst, nee, nein, nein und nochmals nein. Ich glaube, das Einzige, was man, also, du wirst an mit keinem Rat wirst du mit keinem Punkt an irgendeinem Rat wirst du in der Hinsicht irgendwas erklären können. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und wenn man jetzt davon ausgehen würde, also am Gewicht, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, diese berühmten, was sind das, 6,5 Kilo, glaube ich, die in 6,9 Kilo. 6,9? Ich glaube, es waren 6,9, oder? Ja, 6,9, ja, kann gut sein, ja, 6,9. Diese 6,9 Kilo, angenommen, man würde sagen, alles klar, wir senken jetzt den Wert von 6,9 auf 5,9. Könnte man meiner Meinung oder bestimmt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Problem wäre, für die Hersteller sofort auf diesen Wert runterzukommen. Aber selbst dieses eine Kilo, wenn man das selbst, wenn man jetzt sagen würde, okay, das macht dann einen Prozentsatz aus, wird das nicht, zum einen müssen sie auf alle Räder dann, das kann es nicht sein, also technisch wage ich sehr zu bezweifeln, dass man da bis auf Marginal Gains, diese kleinen Unterschiede, dass man das alles damit erklären könnte. Wüsste ich jetzt nicht, welche Entwicklung in den vergangenen Jahren diesen Sprung erklären könnte. Also bin ich auch sicher, dass es keine gibt, ganz einfach. Ja, aber man, wir haben ja früher schon immer so gesagt, also Team Sky, die sind ja jetzt so richtig professionell und drehen da jeden Stein irgendwie auf den Kopf, da muss ja jetzt dann scheinbar viele Teams auf diesen Trichter gekommen sein, sozusagen das, was die Arbeit, die Vorarbeit, die Team Sky geleistet hat, nochmal ein Stückchen weiter. Nee, ja, ich, aber was willst du denn noch weiterdrehen, als es das Team Sky gedreht hat, frage ich mich da. Also, es gab doch diese ganzen, diese, wie heißen sie, diese Zusatzstoffe, wo Simon Geschke noch gesprochen, darüber gesprochen hat, naja, also so bringt es auch nicht und so viel die Tone. Genau, aber das war ja jetzt auch etwas, das wird, es ist schon vor der Pandemie hat es die Runde gemacht. Da wurde das schon eingesetzt, ja, glaube ich, also von daher, aber vielleicht ist es jetzt auch weiter verbreitet, beziehungsweise habe ich jetzt auch irgendwann mal gelesen, dass es zumindest von Lavada mal unter die Lupe genommen werden soll, dass es anders eingestuft wird, aber da sind die Meinungen ja auch ganz differenziert, ob das jetzt wirklich so viel bringt oder nicht. Ja, genau, also das würde ich dann mal behaupten, kann es auch nicht ausschließlich sein. Waren, ich stelle mal eine ketzerische Frage, waren eigentlich viele Fahrer viel alleine unterwegs und waren die Kontrollen vielleicht weniger dicht, als sie in der Vergangenheit wegbar waren, weil einfach auch die Kontrolleure nicht so unterwegs waren, wie sie es hätten sein können so in normalen Zeiten. Letzteres mit Sicherheit, also da wurde ja niemals so viel kontrolliert wie wie sonst, also in in gesamt Anti-Doping-Kampf Hinsicht war natürlich ist diese ganze Pandemie, wirft das Ganze um Jahre zurück. So und ist nicht mal, also ich bin immer ein Freund davon, in den meisten Fällen ist die einfachste oder die naheste Erklärung ja doch die richtige und kann, ich glaube das, was du gerade gesagt hast, ohne dass du es wirklich wolltest oder vielleicht wolltest du es auch und ich habe es sehr, sehr gut versteckt, wir sind einfach um Jahre zurückgeworfen durch die Scheiße. Also generell sage ich ja immer für alle gilt immer, dass man nur das, also gilt immer die Unschuldsvermutung, aber die Erfahrungen, die man im Radsport gemacht hat, sind einfach die, dass es wenige oder fast gar keine Wunder gibt. Ja, also es gibt einfach ab und an das ein oder andere Talent, aber im Grunde genommen, Talent gewinnt auch nicht Rennen alleine, das ist einfach so. Was machen wir mit der Erkenntnis jetzt? Also hast du mich richtig runtergeholt, erst mal Paris-Roubaix wird verlegt und außerdem ist wieder alles wie früher. Naja, weiter beobachten und auf jeden Fall immer wenn es sein muss, mal den Zeigefinger heben, dass auch da das wieder mehr in die Diskussion kommt, das denke ich wichtig. Weil nur wenn der Druck halt von außen auf die Blase Radsport hochgehalten wird, kann sich da auch irgendwie was verändern. Der Druck auf die Blase ist wichtig, das ist so die Quintessenz dessen. Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber es ist dabei rausgekommen. Ich bin ja sehr schlecht in Merken von potenziellen Namen für die Folge. Der Druck auf die Blase ist wichtig. Ja, Down am Ende sicher, super, schön, danke. Der Druck auf die Blase ist wichtig. Aber andererseits, wo kein Beweis, wo kein, also ohne Beweis kein Urteil oder keine Verurteilung, gab es nicht. Und auch, und andererseits eine Meldung auch, die du mir die Woche schon mal vor zugespielt hast, Team Ask Freeman, nicht Morgan, sondern Richard, hat jetzt, wurde dann doch verurteilt, beziehungsweise, was ist passiert? Ja, wurde schuldig. Wurde schuldig gesprochen, genau. Schuldig gesprochen. Das war derjenige Arzt, der damals beim Team Sky tätig war und da gab es so einige ominöse Bestellungen, unter anderem an das Velodrom in Manchester und ja, mutmaßlich soll da Testosteron in dem Paket gewesen sein und da wurde jetzt ja, halt dementsprechend schuldig befunden und ist dafür der Begriff Bauernopfer erfunden worden? Ich weiß nicht, ob er ein Bauernopfer ist, aber ich finde es auf jeden Fall schön zu sehen, dass man mit sowas nicht davon kommt, dass ein sowas auch immer, auch wenn es jetzt irgendwie, ja, was es ist, zehn Jahre später doch irgendwie ja, du warst gerade wieder weg, muss ich mal gerade gucken, Entschuldigung, bist du wieder da? Ja. Alles klar, scheint irgendwie im Internet hier ein bisschen weg. Ja, Bauernopfer natürlich, also damit meine ich eher so nach der Motto, okay, da war wahrscheinlich noch mehr Leute involviert und er ist jetzt derjenige, der das ausbaden muss, völlig zu Recht. war ja schon merkwürdig, also mit irgendwelchen Laptops, die er nicht wiederfinden konnte, wo die Daten drauf waren, also da hat er sehr, sehr windige Ausreden gehabt, um sich da aus der Affäre zu ziehen, aber ist nicht mit davon gekommen. Ja, eine Räuberpistole nennt man das, glaube ich auch. Ja, da kam ich mir manchmal, also wenn man diese Meldung gelesen hat, kam man sich ein bisschen vor, wie damals im elften Schuljahr, als der Hund die Hausaufgaben gefressen hat, das ist alle, alle schon ein bisschen, ein bisschen, also ich denke mir immer, dass die Leute sich nicht selber schämen, so ein solches Krams erzählt, also da muss man sich eigentlich dann auch derjenige, der mit ihm spricht, den angucken und sagen, ja, ist gut, ist gut, also wir haben es verstanden, aber ich glaube auch, dass die Kritisenz oder das Bottomline, die du angesprochen hast, es zahlt sich nicht aus, am Ende kommt doch hoffentlich zumindest mehr raus, als im Verborgenen bleibt und am Ende des Tages hat er sein Urteil bekommen und das völlig zu Recht. Ja, und da gibt es jetzt auch Stimmen, also von Politikern, die da weitere Konsequenzen auch für das jetzige Team Ineos, Grenadiers noch fordern, ein Parlamentarier hat gesagt, dass so ein Dave Brails Vorteil jetzt auch an der Spitze nicht mehr tragbar ist. Ja, das muss man, also ich finde es immer schwierig, wenn Politiker sich da jetzt einmischen, die wirklich auch, behaupte ich jetzt einfach mal, wenig Ahnung von der Materie da an der Stelle haben, also das ist ja, wie wenn auf einmal, keine Ahnung, Jens Spahn für Süßigkeiten Werbung macht, bloß weil er einen Duplo gegessen hat, also glaube ich, also halte ich für schwierig, dass da solche Leute sich dann, dass Brails Vort vielleicht eine umstrittene Person ist, der man, also, dass man durchaus dieser Meinung sein kann, aber dass sich Politik jetzt irgendwie da wieder einmischt, finde ich auch ein bisschen populistisch, muss ich mal so sagen. Wenn Patrick Lefevre sagen würde, der Brails Vort ist nicht mehr betragbar, dann hätten wir zumindest was zu lachen an der Stelle, aber bei einem Politiker, da weiß ich mir noch, denke ich mir immer so, wer hat dir denn jetzt das Mikrofon für die Aussage gegeben? Ja, aber Lefevre prügelt sich ja lieber verbal mit Ralf Denk in der Öffentlichkeit, wie du mir mitteilen durftest. Ja, also, sehr ungewöhnliche Geschichte, angeblich soll da Ralf Denk den Patrick Lefevre, wo der Sponsorenvertrag mit der König ja ausläuft, ein Angebot gemacht haben, das Team zu übernehmen und daran soll unter anderem auch der Chef, also von Bora will die Bruckbauer interessiert gewesen sein, weil die ja da natürlich gewittert haben, dass sie so Fahrer wie Remco Evin eine Pole dann beispielsweise kriegen können und daraufhin hat halt der Patrick Lefevre, der Boss von der König, das öffentlich gemacht und ja, seitdem haben sich die beiden da so ein bisschen medial eine kleine Schlammschlacht geliefert. Also und und also es gäbe jetzt wohl auch Regularien, nachdem das eigentlich gar nicht möglich wäre, aber Denk hat sich auch mit Lefevre schon mal getroffen und also alles ein riesen Durcheinander. Also das ist wieder so Radsport, wie ich ihn liebe, also alles so ein bisschen so ein bisschen neben der Spur, keine richtigen Profis und Lefevre steckt wieder irgendeinem Journalisten etwas, weil er irgendwie angepisst ist auf irgendjemandem und kommt dann wieder auf so einen Ralf Denk, der dann auch eher so konservativ, traditionell, vorsichtig agieren möchte, aber andererseits die Nummer jetzt das ganze Team aufzukaufen, nur weil man eine Elf in der Pole haben möchte, klingt auch wieder so nach einer Räuberpistole. Also das, ich glaube, das ist so ein Bestandteil des Radsports abseits des Rennens wirklich, wo ich wirklich eine wahnsinnige Freude drin habe. Wie sind Sie am Schlachten oder dieses Gossip? Es ist wie eine Seifenoper. Ja, das ist das Wort, was mich einfühlt. Danke. Also so eine Daily Soap fast. Ja, aber auf der einen Seite denke ich mir halt, ja, Ralf Denk muss halt auch wissen, mit wem er sich da an einen Tisch setzt. Wenn er mit Patrick Lefevre sich einlässt, da weiß man schon, dass der, ja, nicht zimperlich ist, wenn es darum geht, der Trump des Radsports seine eigenen Interessen zu vertreten und das durchzuboxen. Was hast du denn heute hier für eine Phrasenmaschine, der Trump des Radsports ist? Ja, das hast du noch nicht gesagt in einer Folge. Das habe ich gesagt? Ja. Oh Gott. Siehst du mal, das habe ich gesagt? Ja, das hast du mal gemacht. Das hast du dir gemerkt, das ist ja noch viel schlimmer. Der Trump des Radsports. Er ist ja auch auf Twitter sehr aktiv, obwohl ich glaube, Donald Trump ist da gesperrt, die Fever nicht. Ja, Trump macht jetzt ein eigenes Netzwerk. Der Trump des Radsports. Der Druck auf die Blase ist wichtig. Kann ich mir gar nicht entscheiden, welcher Sendungstitel schön heißt. Ja, der ist halt unkontrollierbar. Und wenn du mit Ralf denkst, wenn er sich mit dem einlässt, ein anderer Freund von mir sagte mal, wer sich mit Hunden schlafen legt, muss sich nicht wundern, wenn er mit Flöden aufwacht. Also, das ist ein Spiel mit einem Feuer, so jemanden. Andererseits, Sonne de Favre, er bringt halt dein Team immer wieder in die Medien. Die Frage ist ja, was möchte er damit jetzt bezwecken? ganz interessant fand ich, dass angeblich bis Ende... Entschuldigung, wer von beiden? Denk oder Lefevre? Lefevre. Ganz interessant ist, dass er bis 31. März da was verkünden will oder, ja, zu einem Ende kommen will, mit seinem Sponsor zu verhandeln. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass es eine bewusst blancierte Geschichte von ihm auch ist, um da so ein bisschen, ja, seinem Sponsor die Pistole auf die Druck, auf die Brust zu setzen. Ja, das glaube ich auch. Das ist, das ist so klappern, damit, ne, also, vielleicht noch nicht mal, also, du meinst so nach dem Motto, dem anderen Sponsor zu suggerieren, hey, ich habe ja auch andere Leute, mit denen ich gemeinsam was machen könnte. Und der Leidtragende davon ist das Team Bohrer beziehungsweise Ralf Denk, der halt, ja, als Druckmittel genutzt wird. Ja, ein bisschen blöd dasteht. Aber das würde ja andererseits auch bedeuten, dass dieser Plan von Lefevre schon im Januar geschmiedet worden wäre und ich halte ihn ehrlich gesagt dafür zu impulsiv, dass der schon zwei Monate im Voraus sich denkt, ich treffe mich jetzt mit Denk und den anderen von Bohrer, damit ich dann in zwei Monaten einen potenziell anderem Sponsor gegenüber Druckmittel habe. Das, ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ja, weiß ich nicht, also, denkbar ist da alles. Denkbar ist da alles. Das ist noch ein Titel, mein Gott, noch. Das fühlt sich immer besser. Denkbar ist alles. Naja, jetzt haben wir übrigens noch die Kurve gekriegt und ein bisschen gelacht am Ende. Besser. Wie ich jetzt, Hörer, dein Sponsor sagte, Denk gegenüber Ratsport ist. Ich bin gespannt. Also, zumindest ist das ein Teil, der mir sehr gut gefällt. Und solche, solche Überlegungen gerne mehr, neue Rekorde am Berg gerne weniger. Und ich frage mich, warum ich eine Tasche mit einem Ersatzschlauch auf dem Fahrrad hängen habe, welches auf der Rolle steht. Ich Idiot. Naja. Sehr sinnvoll. Ich meine, ich könnte natürlich, wenn es jetzt anfängt, hier zu brennen, relativ schnell das Hinterrad einspannen und mit dem Fahrrad flüchten. Und wenn ich dann einen Ersatzschlauch habe, wäre das nicht schlecht. Aber, wo es richtig clever ist, weiß ich nicht. Thomas, es war mir ein Fest. Vielen herzlichen Dank für die Updates. Vielen Dank fürs Runterziehen, aber auch wieder hochbringen. Wie mit der Bild-Zeitung. Du fährst mit denen runter, aber fährst auch wieder hoch und umgekehrt. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken. Für eure Treue, für eure Zuhörer, für den Spaß, den ihr auf mich heute auch hattet. Für eure Spenden. Entweder wir Überweisungen, Patreon, Paypal, über die Bestellung über Amazon. Alles das, was ihr uns da Gutes tut, was hier in Technik beziehungsweise Produkungsstunden und, 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 fließen kann. Möchte mich, ah, ich wollte noch eine Sache, verdammt, das habe ich vergessen rauszusuchen. Es gibt jetzt diese Wahl, was war das, Deutscher Podcastpreis. Und da ist ein Fahrradpodcast auch mit nominiert. Wir nicht, aber ist auch egal. Ich finde, bei solchen Preisen sind sowieso sehr oft Damen und Frauen unterrepräsentiert. Völlig, völlig zu Unrecht. Und jetzt komme ich natürlich nicht mehr drauf, wer, verdammte Kacke, wer das war, der nominiert war. Ich wollte es mir merken, ich habe es getweetet, ich weiß gar nicht, ob es mit meinem Tweet oder gar nicht. Irgendein weiblicher Fahrradpodcaster, Podcasterin natürlich, ist nominiert worden für den Podcastpreis Deutschlands. Guck mal rein, stimmt bitte für sie ab. Ich komme nicht auf den Namen, wie so immer, mein Name ist schlecht. Ich werde es nochmal raussuchen und sucht einfach mal danach. Bitte, bitte, stimmt für die gute Dame ab. Bitte entschuldige, gute Name, mein schlechtes Namensgedächtes. Thomas, mach es gut, vielen herzlichen Dank, passt alle auf euch auf, habt schöne Ostern, wenn wir uns vorher nicht mehr hören und ja, macht es gut. Tschüss. Jo, danke auch, tschüss. Tschüss. Musik Musik Musik